Schönen guten Tag, hallo. Es ist Sonntagabend, 18 Uhr, Weltraumhafen. Wollte nicht jemand die Einleitung machen? Ich hab gesagt, ich weiß nichts zu sagen. Oh, Mann, Mann. Einmal mit Profis. Der Erdner hier ist mit so vorgefertigenden Reimen, ey, und dann soll ich mir was ausdenken, auf so ein Stehgreif? Ich verrate dir mal ein Geheimnis, die meisten der Sachen sind nicht von vornherein ausgedacht, oder so, sondern gelaufen genau so, wie du das gerade erledigt hast. Live-Blödsinn, sozusagen. Das Peinliche ist politisch, meine Damen und Herren. Zack, bin ich geoutet, peinlicherweise. Nach dem Ammon hängt doch alles. Am Ammon hängt doch alles. Genau, das bin ich geboten, dass ich mir plötzlich was einfallen lassen muss. Was hängt denn an dem? Hängt da was runter, oder was? Ethischer Journalismus hängt da neben. Ja, also, das Persönliche ist politisch, nennt man auch Politik der ersten Person, was an sich auch unter dem Begriff Standpunkttheorie bekannt ist. Und Standpunkttheorie kommt aus der postmodernen Denkschule, was auch ein Bestandteil von Identitätspolitik ist. Und wer ist ein großer Vertreter von Identitätspolitik? Anita Sarkisien. Und sie erzählt hier in diesem Tweet davon, dass sie eine Journalistin getroffen hat, die über sie geschrieben hat. Und die hat die Argumente der Gegenseite nicht einfach zur Seite gewischt, sondern evaluiert für ihren Bericht. Da standen Sachen drin, das konnte Anita gar nicht glauben. Die waren gar nicht in ihrer offiziellen Hagiografie verzeichnet. Die waren nur, das waren Gamergate-Standpunkte praktisch. Und das war jemand, der ihre Arbeit auch noch geschätzt und unterstützt hat. Also sie will halt so etwas Ähnliches wie einen ethischen Grundsatz für Journalismus, der sich mit Videospielen, also ethischen Journalismus, der sich mit Videospielen beschäftigt. Ja, Hashtag Gamergate-Anita, willkommen auf unserer Seite. Das ist jetzt einfach ein ganzer Thread von Leuten, die darauf reagieren, dass Anita Sarkisien einfach nicht checkt, dass sie gerade einfach zugestimmt hat. Und das Problem existiert und so. Naja, passiert ja jedem mal. Vor allem so eine Aussage, dass sie das gekauft hätte. Also bought into it. In die Argumente, also in die Mythen. Ja, und hier haben wir mal wieder aus der Kategorie Feministen einen jungen Herrn, der verurteilt worden ist, weil er seine eigene Tochter missbraucht hat, der unter Hashtag Gamergate gesagt hat, dass diese Gamergate aufhören sollen, Frauen zu belästigen. Und so getan hat, als ob er eine Videospielseite aufmacht, wo man Artikel schreiben kann, nur um dann bei den weiblichen Bewerberinnen für einen Schreibposten mit denen persönlichen Kontakt zu treten, worunter auch eine 15-Jährige war. Und das ist halt Anti-Gamergate, wie man es kennt. Die 15-Jährige war aber keiner 15-Jährige, sondern jemand von der Polizei. Deswegen haben sie ihn am Ende auch angesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die lassen jetzt 15-Jährige bei der Polizei arbeiten? Was ist da los? Mensch, OPEX. Nein, aber MomBot auf Twitter hatte den Fall, also hat er darüber auch geschrieben. Und hier hat nochmal One Angry Gamer das nochmal im Detail vorgetragen. Ja, wir hatten ja letzte Woche schon über diese Initiative Feministisches Internet gesprochen. Und das hat sich jetzt hier direkt bis in die Heinrich-Böll-Stiftung von den Grünen übertragen, die dann hier ja auch so eine Veranstaltung dazu gemacht haben. Übrigens auch wieder hier mit dieser Herangehensweise kann man den Hass löschen, das Netz-DG und so weiter und so fort. Also quasi so ein bisschen wie das ja die Stiftung von der SPD, Friedrich Ebert heißt sie, ja vor einer Woche auch gemacht hatte, weil mit dieser Veranstaltung und dem Tagetest, wo bei der ich gewesen bin, scheint jetzt gerade so ein bisschen hip zu sein. Wer war denn da vor Ort? Jetzt bei dieser Sache hier auf jeden Fall irgendwas mit Netzformer e.V. und so weiter. Und dieses Netzformer e.V. habe ich hier gesehen, das ist ein Verein, der erst seit ein paar Wochen besteht. Aber jetzt können sie hier schon mitmachen beim AstroTurfing. Wir erscheinen ja auch mit so Leuten wie der Gottschalk die passenden Verbindungen zu haben, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich kann das nur nochmal anklicken hier. Vielleicht ist er sogar Gründungsmitglied oder sowas, wer weiß. Naja, das hört sich auf jeden Fall eben so. Also es ist ja der Verein für feministische Netzpolitik. Ganz neu und retweetet alle die zurück. Wen retweeten die denn da? Ja, das sind hier die richtigen Leute, die Netzpolitik machen in Deutschland. Hier die eine hier. Klar, rechte Mobs. Geh nochmal eine Zeile hoch. Rechte Mobs machen sich das Netz, die geht es nur zu, um marginalisierte Stimmen verstummen zu lassen. Katharina Mosene von Netzformer e.V. Wofür genau? Haben wir noch so einen Verein gebraucht, wenn er dasselbe redet wie alle anderen? Ja, weil das ja total seriös wirkt, wenn du 50 verschiedene Vereine hast, die alle das Gleiche sagen, mit den gleichen Leuten drin. Das ist dann die Zivilgesellschaft, die das unbedingt will. Also ich habe ja angefangen, einfach solche Initiativen zu Screencappen und zu Listen. Ich bin da immer noch nicht fertig mit, aber das ist wirklich echt beschämend, wie die einfach auftauchen und dann existieren und teilweise sogar direkt vom Staat finanziert werden. Aber die kommen nicht über irgendwie 200, 400, 500 Follower und ihre Reichweite ist auch kaum irgendwie... 23. Juni hat sich dieser Verein gegründet. Das ist wirklich beschämend. Ich verstehe nicht, was die machen. Warum? Wieso? Keine Ahnung. Ja, sich zu Politikern begeben und dann einen auf, ja hier, wir sind die Zivilgesellschaft machen. Alle da draußen wollen das unbedingt, unsere tollen Sachen. Macht mal, ändert mal Gesetze, kümmert euch mal drum. Ja. Und die Rechten haben jetzt angeblich ihrer Meinung nach das Gesetz ausgenutzt, oder wie habe ich das verstanden? Ja, um halt eben irgendwelche Stimmen damit unterzumachen. Wahrscheinlich spielt das wieder an auf diese Sache von letzter Woche, wo wir darüber gesprochen hatten. Ja, war ja auch An-Ben-Verräterin und An-Ben-Ash in den Hashtags bei den Tweets. Ach so, ja. Ja, die Frau Leopold, mit der wir schon so oft zu tun hatten hier, ist jetzt befördert worden. Die war ja wohl schon irgendwie Beraterin bei Tagesschau.de und jetzt ist sie Tagesschau.de-Leiterin. Also die wird Leiter in der Online-Präsenz oder was, ja? Ja, genau. Und ich erinnere nochmal an so schöne Sachen wie, das haben wir ja schon immer empirisch gewusst oder empirisch geahnt war der Spruch. Ja, genau. Und solche Sachen. Ich habe das nochmal gerade am angeguckt, das Video, das ich gemacht habe, über sie und das Interview, das sie bei WhatsApp gegeben hat. Das ist schon echt eine Lachnummer. Ja. Ja, und wer es nicht weiß, nochmal ehemalige Leiterin von BuzzFeed Deutschland. Das heißt, wir können uns da auf einigen Clickbait vielleicht einrichten, wenn sie da in die Richtung sind. Ja, ich denke auch nicht, dass sich da so viel ändern wird, weil ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass bei der Tagesschau diese ganzen Leute da ein- und ausgehen aus der Clique und ja, wenn man irgendwie am Weltmännertag irgendwas zum Thema Mansplaining irgendwie machen kann, also schlimmer geht es ja eigentlich schon gar nicht mehr. Also die Brüder... Naja, und dann haben sie noch den Gensing, das ist ja auch noch praktisch... Das ist jetzt der vom Faktenfinder, ja. Ja, dann sind sie jetzt eine Doppelspitze sozusagen. Also was für die Amerika, auch wenn es lächerlich klingt, so eine halbwegs ernstzunehmende Angelegenheit, aber hier in Deutschland, ich weiß nicht, wenn man sich die Website von denen anguckt, 13 Geschirrspül-Hacks, bei denen du dich fragst, warum wusste ich das noch nicht? 35 Dinge, die du wissen musst, bevor du mit deinem Partner zusammenziehst. 23 absolut irre Disney-Film-Fakten. Ja, super. Das ist die Welt, ich überraschend. Das war jetzt ein paar Headlines von der Buzzfeed-Webseite in Deutschland. Naja, bei der Tagesschau ist es dann 14 super üble Sachen, die Trump gesagt hat, oder 23 Sachen, die wir Russland gerne anhängen würden, aber wir haben keine schlagkräftigen Beweise und so. Aber wir empirisch ahnen das. Die Frauen sichtbarer machen in den Kommentaren überall. Da denke ich mir schon, wie sie das hinkriegt, wenn sie dann solche Artikel schreibt. Vielleicht die Beiträge rosa unterlegen. Ja. Leopold ist eine Gründerin des Blogs kleiner3.org, der für den Grimme Online Award 2014 nominiert wurde. Für ihre Arbeit wurde sie 2014 von einer Fachjury des Medium Magazins unter anderem auf den zweiten Platz in der Kategorie Newcomer des Jahres gewählt. Und wer ist noch bei kleiner3, um den Zuschauern, die sind drin zu gucken und nicht alles wissen, das noch zu sagen? Ja, da stand hier in diesem Blogposting auch drin, was Maman eingereicht hat, dass er ja hier bei kleiner3 nach wie vor mit der Frau Anne Wietzerek hier irgendwelche Podcasts macht. Also das ist hier der neueste vom 29. Juni, also von Freitag. Wo die Dame hier, also die Juliane hier ist eben die Dame. Also die ist da immer noch... Wenn man sich das Bild anguckt, da kann man ja nur Übles ahnen. Die ist immer noch involviert in diesen Kram. Das ist nicht so, dass das irgendwie von gestern gewesen wäre oder so. Also das ist jetzt quasi kleiner3 in der Tagesschau. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das wurde nicht ganz klar. Hat er keine vernünftigen Informationen zu bekommen oder gefunden wohl. Aber sie haben sich nicht unbedingt irgendwie in Freundschaft getrennt wohl. Das ist dann kurz danach gewesen, nachdem die Leopold da angefangen hatte. Nachdem es da so kleine Stratereien gab und so. Wenn man das verfolgt hätte, hätte man das mitbekommen können. Da hat er geschrieben. Ja, das ist auch interessant, dass sie hier wieder mit ihren Auszeichnungen ankommen. So wie sie sich ja bei diesen ganzen furchtbaren Funkgeschichten auch immer darauf berufen, dass die ja mal irgendwelche Preise gewonnen haben vom öffentlichen Rundfunk. Die sich da selber irgendwelche Preise geben und dann können sie sich darauf berufen, dass das ja total wichtig ist. Das macht RTL auch, ne? Hier kommen wir die Preise an einem Jahr immer für RTL-Leute. Der Marketing-Gag. Oh, das nein. Es gibt ja jetzt diesen AI-Roboter Sophia, und Kanzlerin Merkel hat da diesen Roboter gefragt, so würdest du dich als Feministin bezeichnen. Dieser Roboter antwortet dann auf Englisch. Und das ist so gestellt und so schlimm. Und das Zitat hier ist, Feminist-Kritik hat so viel positiver, systemischer Veränderung verhindert, dass die Gesellschaft mehr equal wird, nicht nur für Frauen, aber für alle, who face discrimination, does that make me a roboticist? Und alle lachen und klatschen und haha. Und dann so, du hast eine künstliche Intelligenz und du bringst ihr irgendwie selektive Wahrnehmung bei und sagst dann hier, da haben wir, da haben wir bitte. Super wertvoll. Die hat ja sowieso eine selektive Wahrnehmung. Also im Prinzip ist ja die ideale Feministin. Du kannst alles in den Zirn da reinstecken, was du willst. Das ist mein soziales Konstrukt. Ja. Also ich hoffe, dass es allen Zuschauern klar ist, dass das natürlich ein absoluter Hoax ist, ja, und dass da einfach irgendwelche präprogrammierten Sachen abgespult werden. Ja, also das als künstliche Intelligenz zu bezeichnen, ist halt ein Marketingbegriff, aber das sind auch nur Routinen, die vorprogrammiert sind und abgespult werden. Nur weil das halt in so einen menschlichen Androiden gesteckt ist. Also von der Technik her ist das auch nur Response. Das wiederum ist ja so wie beim richtigen Feminismus. Also von daher ist sie schon wieder näher am Menschen. Na genau, genau, da ist ja die Sache so. Trigger Response. Trigger Response. Da ist ja genau die Sache so. Es ist recht egal, was denn jetzt ist. Also ob das jetzt echt einfach nur ein Roboter ist, dem man jeden Spruch irgendwie vorher draufschreibt und alles dann gefakt ist. Oder ob es wirklich eine künstliche Intelligenz ist und man hat sie einfach nur darauf trainiert, dass man ihr nur irgendwie positive Sachen dazu sagt, zu diesem Thema und total oberflächlich sagt, hier, bitte schön, anstatt ihr die Daten zu zeigen, die halt Frauen und Männer betreffen und dann selbst zu einer Analyse kommen zu lassen. Weil wenn man das machen würde und sie eine künstliche Intelligenz ist, sollte sie eigentlich auf den Schluss kommen, dass das doch vielleicht nicht so cool ist mit dem Feminismus. Eigentlich hätte da als Antwort kommen sollen, Feminist-Kritik is only one way how cultural Marxism is fucking over your country. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das so programmiert haben, dass bestimmte Antworten freier zu geben sind und bestimmte nicht so frei. Und das haben wir wahrscheinlich Analyse nicht ganz so frei gemacht. Ja, genau, genau. Das ist wie bei Tay. Ja, genau. Nur, wisst ihr so, wir haben so künstliche Intelligenz entwickelt und da irgendwie Geld reingesteckt, um das als Roboter zu haben, so ein Prototyp. Und dann gibt es einfach so politische Themen, zu denen wir als Gesellschaft nicht in der Lage sind, eine andere Antwort hören zu wollen. und deswegen muss das irgendwie in unserer Technik drinstecken. Ja, guck doch mal diese Hände an, damit kann man noch keine Rote machen. In Indien hatten sie auch eine AI am Testen. Also da haben sie eine AI mit einer anderen sich unterhalten lassen und am Ende haben sich die AIs gegenseitig nach Nudes gefragt. War auch sehr lustig. Sehr gut. Und dann sind die terminiert, weil sie keinen Körper haben und dann ist es vorbei. Und in China hat die AI angefangen, die kommunistische Regierungen zu kritisieren. Ja. Der eine Roboter ist ja mal auf die Bühne gekommen, wo der Erdogan eine Rede gehalten hat, hat unterbrochen. Da hat der Erdogan gesagt, tun Sie, was nötig ist. Um die Autos zu schalten. Im Talk mit Wolfgang Kubicki, Moderatorin Julia Stein fragt, wie viel Nähe zu Journalisten lassen Sie zu? Kubicki darauf, kommt drauf an. Was haben Sie heute Abend vor? Ekelhaft. Oh nein, FDP schon wieder. Ja, die Dame hier ist eine Gender Studies studierende, angehende Journalistin. Und sie hat es auf jeden Fall schon drauf, das Ding. Über Sexismus sehen und dann ihre Freunde von Journalistenbund, das sind die Ad-Journalistinnen, da darf ich anrufen. Außerdem war sie zu doof, um die Pro-Quote-Regie-Twitter-Account da rein zu taggen, weil dieses Pro-Quote-LCC ist irgendeine Firma, die, ich glaube, irgendwas mit Baudarlehen irgendwie in Amerika macht. Und nichts mit Quote für Geschlechter. Ja, der Witz ist doch auch, dass die Interviewee, also die Frau, hat den Kubicki auch gefragt, sie hat mal behauptet, dass sie niemals nach Berlin gehen werden, weil sie dort zum Säufer- und Hurenbock werden würden. Und hat halt scherzhaft gefragt, wie es jetzt aussieht, jetzt wo er in Berlin ist. Also, weißt du, das ist in den Outrage-Apparat von der Carina nicht reingelaufen, aber halt, wie viel Nähe zum Journalismus lassen sie? Ja, warte, die Situation war ja doch, glaube ich, ein Tweet drunter dran, da hat Kubicki Ja dazu gesagt. Einfach, einfach Ja. Das haben dann auch dann Leute nochmal dazu geschrieben gehabt. Ich glaube, sie hat auch noch drauf geantwortet. Aber ja, das ist trotzdem echt einfach eine Non-Troversy, ja. Eine Non-Troverse. Das traditionelle Familienmodell macht glücklicher. In Umfragen schneiden Väter, die zwischen 40 und 50 Stunden arbeiten, am besten ab. Nein, doch! In Sachen Glücklichkeit. Weil sie dann die Ernährer der Familie sind. Und halbtags arbeitende Väter sind nicht wirklich glücklich und arbeitslose Väter sind am unglücklichsten. Ich glaube, das liegt direkt an den Arbeitsstunden oder was? Je mehr Arbeitsstunden, desto mehr Glück, oder wie ist das? Genau. Ja, das soll ich glauben? Ja, das war das Ergebnis der Studie. Sind nicht alle so faul wie du, Mammon? Scheinbar. Also könnte man sagen, Arbeit macht glücklich? Ja. Okay. Also es ist schon, glaube ich, an der Studie zu sehen, dass die, je weniger die Leute aufeinander hocken, desto weniger kriegen sie sich in den Haaren, ne? Ja, das könnte ich natürlich auch gut sagen. Wenn man das so wertvoll sieht. Aber ich meine, dass alleine die Stunden an der glücklich machen, das ist doch irgendwie, hatte ich trotzdem viel fragwürdig. Ja gut, aber es geht explizit um die Aufteilung, oder? Um die Aufteilung, oder? Es geht ja explizit um Väter. Da hat das ja nochmal was, ist nochmal was anderes, glaube ich, als bei alleinstehenden Herren. Ja klar, die Providerung, nochmal mal zu da. Genau. Ja, das hier fand ich ein ziemlich interessantes Interview. Da bin ich durch Zufall drüber gestolpert. Das ist mit einem Professor für Psychologie von der Stetson University. Ich hoffe, da alle mit Hut rum. Und der heißt auch Peterson. Nice. Ferguson. Ich ruf's mir gerade mal selber auf. Da ist nämlich eine ganz lustige Geschichte zu drin. Dass diese Geschichte, dass Medienkonsum den Charakter formt, beziehungsweise dass Sexismus auch dadurch befördert werden kann, dass das Blödsinn ist. Weil er weiß gleich, also er wird hier gefragt, gibt es Beweise für diese Geschichte, dass sexuelle Inhalte praktisch und sexualisierte weibliche Charaktere die sexistischen Attitüden in Spielern verstärken. Und dann sagt er, na, ach Gott, um Gottes Willen, diese Weg-at-Alumni-Studie ist scheußlich. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie Forschungsergebnisse dem allgemeinen Publikum gegenüber falsch kommuniziert werden. Sie hatten ein großes Sample. Und große Samples sind dafür bekannt, merkwürdige statistisch signifikante Resultate zu erzielen, die in der realen Welt halt nicht viel bedeuten. Was ein Psychologe den Crub-Faktor genannt hat. Die Korrelation, die sie zwischen Spielen und Sexismus gefunden haben, war R gleich 0,7 und andere Faktoren mit anderen Faktoren kontrolliert. Alles unter Punkt 10 ist mit großer Wahrscheinlichkeit Rauschen, also praktisch nutzlose Daten. Um das mal in Worte zu fassen, der Zusammenhang zwischen Kartoffeln essen und Selbstmord ist ungefähr in der gleichen Größenordnung. Also, das ist, dieser ganze Scheiß, auf dem das beruht, ist unheimlich fragwürdig von der methodischen Seite. Dafür habe ich den Artikel reingenommen. Das fand ich super interessant, das mal von einem Wissenschaftler dargelegt zu werden, dass das Quatsch ist. Teilweise. Was aus Statistiken herausgeholt wird. Und hier auch noch mit einem sehr schönen Gegenbeispiel, finde ich, mit dem Kartoffeln und der Selbstmordrate. Ja, es geht gleich weiter. Das ist auch von mir. Hier geht es um Sexual Harassment im Brettspielbereich. Ich bin ja da immer so ein bisschen auf der Suche nach Sachen aus der Richtung, weil ich selber ein Zocker bin und Pen & Paper Rollenspiele etc. Und jetzt hat es auch die Brettspielwelt erreicht. Es gibt doch schon ein erstes Opfer, das sagt, dass sie von diversen Brettspielherstellern während ihres Aufenthalts in der Szene irgendwie bedrängt worden ist, sexuell belästigt etc. Es ist total alarming. Und wir müssen dringend was dagegen tun, dass dieses Hobby weiter eine Bastion weißer Männer ist, die Frauen behandeln, wie sie wollen. Ja, jetzt noch Brettspiele. Viel Spaß beim Siedler von Katar nächstes Mal oder so. Immer schön an die Privilegien denken. Ja, und nicht nur Brettspiele, auch Smart-Home-Applikationen. Besonders die. Ja, wobei ich den Artikel jetzt schon fast, wenn man sich das überlegt, ja wiederum stimmig finde. Weil wenn du dich zum Beispiel trennst von einem Partner und der hat alle Möglichkeiten, das bisher gemeinsame Haus über Apps zu kontrollieren, kann das schon ganz schön unangenehm werden, so wenn nachts um zwei irgendwie Metallica anfangen, auf voller Lautstärke zu spielen oder es immer wärmer wird, obwohl du die Heizung gar nicht hochgedreht hast oder solche Sachen. Aber natürlich, man sieht es gleich schon am Bild, leiden Frauen wie unter allen Problemen am meisten, weil es sind ja die Männer, die die ganzen Apps installieren und diese ganze Technik und so weiter und so fort. Wisst ihr schon. Also es ist ein weiteres Missbrauchsinstrument, das vorrangig Männern zur Verfügung steht. Ihr kennt dann den Zug, die Richtung, in die der Zug fahren wird, denke ich. Im Film mit Zoe Quinn über Gamergate wird dann wahrscheinlich so eine Szene zu sehen sein, wie sie zu Hause hockt und wie dann Gamergate das Thermostat steuert und wie sie dann in Panik aus dem Haus rennt. Oder schmilzt. Oder schmilzt. Die Hektatürschlösser sind somit das Schlimmste, denke ich mal, war der ein Problem, dass wir es auch so ausmachen können. Ja, aber ich meine, das tut mir auch leid. Türschlösser digital zugänglich machen, ist was, was Blödsinn ist. Also bevor sie diesen Kram hatten, gab es ja auch schon mal diesen Skandal mit diesem komischen, vernetzten Vibrator. Ich glaube, der kommt eher im Zoe-Film vor. Ja, wo doch die App die Daten ausgelesen hat, wie der Vibrator benutzt wird und es dann ein Riesenskandal war. Wobei man halt auch jetzt, ich weiß nicht, warum der Vibrator-Internet fähig sein soll. Tja, diese ganzen Smart-Home-Sachen, die sind halt sehr anfällig auch. Ich sage jetzt einfach mal, wenn man überall die Standard-Passwörter benutzt, dann, ja. Dann ist sowieso ein digitaler Darwin-Award, den du dann kriegst. Oder ich fand auch eine tolle Story vor ein, zwei Jahren, ein Hacker, der halt, also Hacker in Anführungszeichen, der halt in einem Hotel war, wo alle Türschlösser halt Smart-Logs waren und der hat dann einfach mal geguckt, was er mit seinem Notebook im Hotel-WLAN so alles anstellen kann. Und das war erschreckend. Ich suche den Artikel mal raus und verlinke den später. Das hier habe ich rein wegen der Überschrift. Also das ist so ein saudummer Artikel über irgendwie Prominente und Celebrities und Scheiß. Aber ich fand den Text, also den, wie weit sind wir inzwischen im Journalismus? Big Dick Energy is over. It's all about cavernous pussy energy now. Was genau Cosmopolis? Ja, ich habe auch ein paar sehr seltsame Überschriften letzte Woche gesehen. Also wir haben das nicht mit irgendeiner Energiegewinnungsart jetzt verbunden oder was, ne? Es ging nur um sexuelle Anziehungskraft oder so. Aber wie gesagt, uninteressanter Artikel, schöne Schlagzeilen. Ja, hier sehen wir eingeblendet das Justizportal der Hamburger Justiz. Und hier geht es um eine Stellenanzeige für Bewerbungen für Staatsanwälte. Und hier wurde sich auf Twitter darüber lustig, oder es wurde halt bemerkt, dass bei der Staatsanwaltschaft Hamburg sind Staatsanwälte unterrepräsentiert. Männliche Bewerber werden daher bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Das steht unten auch nochmal. Und das ist ja normalerweise ein Satz, den man so nicht unbedingt liest. Da würde ich sagen, hat die Quote mal zugeschlagen in die andere Richtung. Finde ich bemerkenswert. Also ich glaube eher, dass dann jemand Einzelnen zugeschlagen hat, nämlich derjenige, der das formuliert und entschieden hat oder so. Ja, also ich habe da eigentlich so ein Statement gelesen gehabt von Leuten, die dafür verantwortlich waren, dass halt in diesem Hamburger Gleichstellungsgesetz drinsteht, dass das jeweils unterrepräsentierte Geschlecht quasi bevorzugt da einzustellen ist. Trotzdem brauchst du ja immer noch einen, der das dann macht. Also sehe ich so. Ich glaube, das ist doch überhaupt so. Also ich meine, gut, wenn man jetzt hier nach dem Deutschen Juristinbund geht, der ja hier dann irgendwie behauptet, dass da ja alles überhaupt gar nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren war, die Männer zu bevorteilen, weil das ja auf die Zahlen überhaupt gar nicht ankommt. Finde ich auch lustig für die Leute, die die ganze Zeit Parität haben wollen, dass es ja auf die Zahlen überhaupt nicht ankommt. Und ja, aber die strukturelle Benachteiligung, das ist ja das Ding. Ja, was anderes haben sie aber auch nicht, ne? Ja. Das ist so irgendwie ihr Argument of lost resort, oder wie das heißt. Ja, wir können ja mit dem Hexenverbrennen nicht aufhören, weil der Satan, der ist ja immer noch da. Ja, die Vatansstrukturen. Aber das ist denen doch um die Ohren irgendwann, wenn einer mal fragt, was das denn sein soll. Ja, das ist alles Hexenverbrennen. Dann sagen sie wahrscheinlich, Frauen sind ja immer noch weniger, so generell irgendwo, wo Macht ist. Muss man aber einen willigen Gläubigen haben, der das dann... Ja, gibt's genug. Natürlich, ja, ja. In unserer Politik auf jeden Fall. Ja. Ja, aber in den Gerichten vielleicht nicht mehr ganz so viele, ne? Dann wäre ja auch mal ein Hoffnungsschimmer oder so. Hier sehen wir einen kleinen Beitrag von Euronews. Ja, Euronews. Zu, ja, einem Projekt in Kenia, wo im Endeffekt polnische internationale Hilfsorganisationen den Leuten helfen, Feuerwehrennetzwerke aufzubauen. Und da gab es zwei Probleme. Zum einen gab es das Problem, dass alleine dadurch, dass die Feuerwehr immer so spät erst bei den Bränden ankam, weil einfach so wenig Feuerwehr vorhanden ist, da waren die Anwohner oftmals etwas, ja, ärgerlich darüber und haben die Leute angegriffen, sodass deswegen weniger Leute das machen wollten. Und dann gab es halt auch Probleme beim Ausbildungsstand und bei der nachhaltigen Motivation von anderen Feuerwehranwärtern. Und deswegen setzen die da jetzt auch Frauen, weil da eine geringere Wahrscheinlichkeit besteht, dass die angegriffen werden und weil die halt auch nachhaltiger an den Trainingsmaßnahmen teilnehmen. Ach man, das ist halt schon wieder so ein hartes Problem. Die Feuerwehr wird angegriffen. So, ich weiß nicht, das ist einfach nur so, wow, Applaus, so. Irgendwann erreicht er auch die moderne Feuerwehrangreifung. Aber da waren sie halt einen Angriff und die ganzen Männer in der gleichen Rolle, das ist ja total ungewöhnlich. Ja, also ich meine, das ist an sich ein positives Programm, ein positiver Beitrag von den Polen. Wollte ich mal herausstellen, die sind wohl international, die haben halt sich so in der Entwicklungshilfe ihre Nische rausgesucht bei der Ausbildung von Feuerwehrleuten im Ausland. Finde ich mal erwähnenswert. Weil das ist ja Feuerwehr, ich meine, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Und die haben ein Konzept jetzt anscheinend gefunden, was wirklich funktioniert. Haben jetzt 300, bin mir nicht sicher, 300 Feuerwehreinheiten, glaube ich, im Land aufgebaut. Und das ist das erste nachhaltige Feuerwehrnetzwerk, was die jemals hatten in dem Land. Also auf jeden Fall bemerkenswert. Ja. Und es hat da gar nicht an Geld gemangelt. Es gab schon sehr viel andere Entwicklungshilfe. Es hat einfach kein Konzept, die haben einfach kein Konzept gefunden. Und jetzt haben die eins gefunden, was nicht mal allzu teuer ist. Tja. Interessant. Während man bei uns ganz... Sieht etwas seltsam aus, die Damen, wie die da mit den riesigen Feuerwehrhelmen und den riesigen Löschschlauchen an den Leitern entlanghangeln. Aber es scheint zu funktionieren. Also was soll man sagen? Wir in Europa kümmern uns da um die wirklich wichtigen Sachen, wie wir das gewöhnt sind. Nämlich in Großbritannien. Das ist ja nicht mehr lange Teil Europas ist. Überlegt man sich jetzt Frauen nur noch dann in den Knast zu schicken, wenn sie gewalttätige Taten begehen. Also es kann ja nicht sein, dass Frauen einfach für irgendwas eingesperrt werden, nur weil das im Gesetz steht. Die sind ja strukturell schon so benachteiligt, wie wir eben gelernt haben. Und ja, diese... Ja, aber guck mal, nach dem Delude-Modell ist ja selbst eine gewaltsame Straftat aus der Seite der Frau immer Selbstverteidigung und immer durch strukturelle Ungleichheit bedingt. Ja, wir reden ja hier auch von Sachen wie Ladendiebstahl oder so. Ja, aber da kann man, wie gesagt, zu jeder Situation hingehen und sagen, die Frau ist unschuldig, sie musste das machen, weil die Männer in ihrem Leben und so und so und so. Die Frau musste irgendwie die Tampons klauen wegen der Pink-Tags. Ach so, ja. Okay. Also, ja, ich finde das ziemlich besorgniserregend, dass Politiker so einen Blödsinn inzwischen in den Medien äußern können, ohne dass sie sofort abgesägt werden, weil das ist einfach Blödsinn. Don't send women to prison. Don't send humans to prison unless they commit a violent crime. Fände ich auch nicht vernünftig, aber es wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, für den Artikel. Aber nur Frauen, warum? Mit welcher Begründung? Was heißt ja auch violent. Also ich meine, wenn man jetzt einen Beklaut, dann ist es auch eine Verletzung von, ja, von Recht oder so in dem Fall und von Eigentum. Außerdem behaupten die auch ständig, dass von Worten schon Gewalt ausgehen kann. Also wenn eine Frau zu mir sagt, du Arschloch, ab im Knast. Ja, das ist ja gut. Ja, das hat mich mitgebracht, ich weiß gar nicht so genau, warum, fand ich nur ein bisschen bemerkenswert, dass so ein Rentner irgendwie hat sich von zwei Mädels im Restaurant überreden lassen, die durchzufüttern sozusagen, dem was zu essen zu kaufen und anschließend haben sie dann eben ausgeraubt und eben die Tasche geklaut, das Portemonnaie geklaut und so. Hat eine asoziale Nummer, ne? Und vielleicht als Beispiel, dass auch Frauen sowas machen können, Oder tätig sein können. Ja, und auch so ein bisschen dafür, wie niedrig inzwischen die Schwellen in Deutschland zu sein, entscheidend für sowas. Ja, gut, ich meine, die Möglichkeit besteht natürlich noch, dass er irgendwie in sein Portemonnaie hat reinblicken lassen und das war ziemlich voll oder so. Ja, und trotzdem, auch das ist nämlich, wenn jemand noch das gut diskutiert ist praktisch. Hier in dem Artikel ist es recht interessant, wie man merkt, dass Menschen, die halt politisch agitieren und sich als Journalisten tauren, wie die so den Kontakt zur Realität verlieren. Wir haben jetzt hier einen Artikel geschrieben, der darüber sich beklagt, wie schwer es Frauen haben, die man falsch der Gewaltigung beschuldigt haben, also wie schwer die das haben und wie schwerwiegend das ist, wenn man dann dafür auch noch eine Strafe bekommt, wenn man zur Polizei geht, eine Falschaussage macht und jemanden belastet und sich das herausstellt, dass es erlogen ist. Und ich finde es einfach nur krass, wie sich zwei Journalistinnen sozusagen hinhocken und sich denken, dass es ein guter Artikel ist oder ein interessanter Narrativ. Also es ist einfach nur, da kann man nur einen Kopf schütteln. Also sorry. Warum, Abel? Das ist doch nicht gewalttätig, wenn man jemanden in den Knast bringt. Da sollten Frauen nicht für bestraft werden, finde ich. Genau, das ist ja nur falsch, wenn es der Staat, okay. Und dann lesen sich die Einzelbeispiele noch so. Ja, sie wollte ihren Partner gar nicht wirklich beschuldigen, aber wurde dann unter Druck gesetzt von der Polizei und dann haben sie ihren Ex-Mann ohne ihren Konsent verhaftet. Und ich denke mir, Alter, wenn du zur Polizei gehst, dann hat das Ding ein Eigenleben. Dann fragt dich niemand nach deinem Konsent, ob irgendwer verhaftet werden soll. Außerdem ist es ja auch nicht so, dass das nur für diese Straftaten gilt, sondern auch, wenn ich sage, der Chris geht einmal die Woche bei sich in der Parfümerie klauen und die Polizei prüft das und ich zeige ihn an, die Polizei prüft das und die finden raus, dass der Chris da nicht einmal die Woche klauen geht, sondern dass ich das erfunden habe, hat das ja auch Folgen für mich. Ja, zu Recht auch. Ja, natürlich zu Recht. Und ich finde es einfach krass, wie einseitig ein Weltbild sein kann oder wie du auch einfach nur zu diesem geistigen Fauxpas hinkommst. Also es ist echt erstaunlich. Ich möchte jetzt mal nochmal sagen, du hast absolut recht mit dem du sagst, das hört sich jetzt aber alles sehr allgemein an. Ich glaube, wir müssen nochmal auf die beiden Beispiele hier eingehen, die hier bringen, weil die greifen sich zwei Frauen als Beispiele raus und diese Frauen sind eigentlich denkbar ungeeignet als Beispiele, weil die beide alle, also ich meine, die stellen, die streuen in den Artikel, der sehr lang ist, immer wieder ihre Kommentare ein, aber die stellen es tatsächlich so da, wie es passiert ist. Die sind an ihrer Situation total selbst schuld gewesen. Das kann man gar nicht anders sagen. Die haben sich selbst in die Situation reingeritten und sind deswegen auch total schlechte Beispiele, um überhaupt diese Problematik darzustellen. Und das zeigt, wie sehr die in ihrer eigenen kleinen Gedankenwelt gefangen sind, dass sie nicht mal sehen, dass diese zwei Frauen schlechte Beispiele sind. Die eine Dame, die hatte psychologische Probleme, war bipolar, wollte, hat sich im Endeffekt leider auch selber umgebracht. Ich meine, das ist sehr traurig, aber es war einfach eine psychisch labile Person und die ist als Beispiel sehr ungeeignet hierfür. Und die andere Person, die hat einfach gelogen und sich reinreiten lassen und hat auch überhaupt gar nicht eingesehen, dass sie irgendwas falsch gemacht hat, bis sie dann von einer öffentlichen Jury verurteilt wurde. Die halt gesagt hat, so ja, du hast halt verschiedene Sachen gemacht und sie ist ins Gefängnis gekommen, ist wieder rausgekommen und weiß überhaupt nicht, was sie überhaupt falsch gemacht hat. heutzutage immer noch nicht. Obwohl es eindeutig ist. Also, ein sehr langer Artikel, aber ich bin auch, ich habe wirklich, ich bin wirklich sehr wütend geworden, wenn man das immer weiter liest, vor allem auch immer mit den eingestreuten Kommentaren. So, ja, sie hat zwar alles selber verschuldet, aber trotzdem ist sie ja das Opfer, so nach dem Motto. Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass, ja, als wir in Deutschland sowas hatten, sich unsere Familienministerin dahinter gestellt hat, alle möglichen Journalisten, also, ich sage nur Team Gina-Lisa. Also, ich würde auch mal sagen, dass in England aber auch die strengsten Regeln in der Beziehung herrschen, dass man halt als einziges so etwas sehen kann, zur Verteidigung. Also, warum die anderen Länder nicht darauf kommen, dass sie bestrafen, das ist eine ganz andere Frage. Entschuldigung. Ja, warum die anderen Länder nicht darauf kommen, dass sie bestrafen, das ist ja eine ganz andere Frage. Das wird ja bestraft. Also, in Deutschland gab es ja auch eine Strafe dann für die Moldo-Fink. Das Problem ist in England wohl mittlerweile so groß, also, wirklich das Problem, dass es falsche Anschuldigungen gibt, die einerseits vorgebracht werden von Leuten, die halt sagen, ich bin das Opfer gewesen, aber, was halt auch immer öfters vorkommt, dass halt die Sachen von unbeteiligten Leuten gemeldet werden oder vielleicht sogar auch von Verbänden oder halt von unbeteiligten Leuten, die nicht direkt daran beteiligt waren. Und das ist halt so ein großes Problem mittlerweile für die Justiz in England geworden, dass die sogar einen Leitfaden rausgebracht haben, der heißt, charging, perverting the course of justice and wasting police time in cases involving allegedly false rape and domestic violence allegations. Also, es ist mittlerweile wirklich ein sehr großes Problem, dass einfach die, dass es auch, es behindern mittlerweile halt den Prozess von echten Vergewaltigungsfällen, dass es so viele Falschanschuldigungen gibt, weil die Ressourcen einfach verschwendet werden. Weil ein bunthaariges Sheetwing irgendwas gehört hat und dann da deswegen zur Polizei hingeht. Ist das eigentlich ein Fall von toxischer Femininität? Weil ich denke ja große Teile von den Leuten, die solche falschen Anschuldigungen wegen Vergewaltigung machen, sind Frauen. Ja. Ja, weiß ich nicht, wenn das von außerhalb kommt, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, wie gesagt, bei den Amis ist das das Swatten, ne? Die schicken dann irgendwie einen Polizeitrupp hin oder so, wenn da jemand wegen Vergewaltigung anklagst oder einen anonymen Hinweis gibt, dann wird da schon die Polizei auflaufen. Ja, aber Swatting ist ja nochmal was anderes. Swatting ist ja, dass du eine Situation verteufst, die dann von einem super auf hoch defalziert. Das machen die Engländer glaube ich sowieso nicht, machen sie bei uns glaube ich auch nicht, wenn du so ein Blödsinn da erzählst. Doch, Reiner Weg glaube ich, du hast doch geswartet. Und die sind zum Team vorbei oder was? Ne, dem haben sie nur die Feuerwehr gerufen. Ah, okay. Das denke ich drauf an, wenn du der Polizei klar machen kannst. Ich war mal in einem Club, wo ein paar Jungs reingekommen sind, die da mit Messern rumgefummelt haben. Okay. Und wir haben dann, wir haben, also ich habe in dem Club gearbeitet, wir haben die Polizei gerufen und die kamen dann auch in voller Montur. Okay. Also mit Westen und Maschinenpistolen. Also ist nicht, ich denke schon, dass du eine Situation halt der Polizei erklären kannst, wo die schon so ausgerüstet vor deinem Haus stehen, auch in Deutschland. Aber es ist halt was ganz anderes als sowas. Watting ist nicht, kannst du nicht mit sowas vergleichen. Ja, ich meine, es ist ein Tritt in der Eier sozusagen, ne? Beides. Natürlich ist das Watting schlimmer oder so. Aber das ist schon ein Buch. Ja. Was haben wir hier? Achso, das habe ich, glaube ich, mitgebracht. Die Schweden haben das jetzt verabschiedet, das Ja heißt Ja Gesetz, das nicht mehr Nein heißt Nein, sondern auch Ja, Ja heißt, beziehungsweise eben nur noch. Und das, ja, das komische in dem Gesetz, das kommt da gar nicht so richtig zur Sprache in dem Artikel, ist ja eben Tagesschau. Ja, in dem Gesetz ist das ja eben auch Fremde Leute das natürlich anzeigen können. Das heißt, wenn du jetzt mal im Bahnhof ein Pärchen siehst, dass sich irgendwie nach dem Urlaub begegnet und sie stimmt nicht eindeutig zu, wenn er sich umarmt und küsst, ja, dann kann das schon eine Anzeige geben von den Menschen, die das gesehen haben. Und so ein Gesetz findet man gut. Also der Akt ist dann noch nicht so schlimm, oder? Ja, du weißt du, du kennst das Gesetz bei uns ja auch, das Fasten ans Knie verboten oder so und ob man jetzt beheiratet ist oder nicht, weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Ich meine, die eindeutige Zustimmung spielt eine Rolle und wenn der andere Partner dann eine entsprechende Umarmungsgeste auch durchführt sozusagen, dann ist das natürlich auch eine Begeister, Zustimmung ist ja richtig, ne? Aber was sie sich für Möglichkeiten damit aufmachen, ist es eben total verriegt, das scheiße mal auch alleine schon diese ganze Bezeichnung als Ja heißt Ja und Nein heißt Nein ist ja auch die reine Pressebeteiligung vom Frauenrat irgendwie in Nachrichtenform gepresst oder was, weil da steht ja überhaupt nicht in dem Gesetz drin und auch ich würde mich ja mehr interessieren, was die als Unterschied sehen zwischen diesem Ja heißt Ja und dem Nein heißt Nein, weil im Endeffekt mit dem Einverständnis, das ist ja das, was sie sagen, was wir jetzt auch haben mit dem Einverständnis. Aber das Einzige, was ja da der reelle Unterschied bei der Sache ist, ist die Umkehr von dem, wer was nachzuweisen hat. Ja, die beweist das Umkehr und ja, ich sehe es schon so, dass Nein kann man auch irgendwie passiv machen und ja, eigentlich nur aktiv oder so. Ja und das ist halt das Ding so und mit der App Libra kann man die Einstimmung mit einer digitalen Unterschrift untermauern. Wow. Hinterher die Unterschrift wurde mir aber abgeznötigt so, abgezwungen und das hast du dann ja gewonnen mit deinem blöden irgendwie gar nichts, ne? Ja, ach komm hier, das macht man einfach mit irgendeinem Blockchain-Ding und dann peng. Blockchain, ja, da wurde man ja auch nicht zugezwungen. Also es gab ja, es gibt glaube ich in Kalifornien und North Carolina auch ähnliche Konsent-Gesetzgebungen und das hat beispielsweise dafür zugeführt, dass glaube ich Tinder und eine andere Dating-App in diesen beiden Staaten halt auch so eine Art Form eingeführt hat, aber das ist so wie die Cooking-Pop-Ups, die ihr überall seht in letzter Zeit. Also was soll man dazu sagen? Tolles Konsent-Form. Ja und ich finde das vor allen Dingen auch, wie hier schon wieder geredet wird, Ziel mehr Vergewaltiger verurteilen. So. Und es ist schon wieder überhaupt nicht darauf hingewiesen, auf die Probleme, die man hat, sowas nachzuweisen überhaupt. Und es ist einfach nur, das ist alles Vergewaltiger. Die ganzen Leute, die angezeigt werden, das ist alles Vergewaltiger und wir wollen einfach mehr von denen verurteilen. Das ist das Ziel. Wir brauchen mehr Leute im Klass. Außerdem sollte Prävention eher das Ziel sein, weil die schmeißen ja dann einfach nur ihre Hände in die Luft und sagen, ach ja, Männer können sich eh nicht beherrschen und pengen oder wie? Oder was soll das heißen? Ja, ich habe keine Ahnung, wie die sich das vorstellen, aber das ist auf jeden Fall ehrlich hier von der Tagesschau, das so hinzuschreiben, Ziel mehr Vergewaltiger verurteilen. Aber da sollten sie mal in ihrem verdrehten Hirn ein bisschen drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Eigentlich meinen sie doch Verdächtige oder Angeklagte oder was. Vor allem, das ist auch wirklich echt ekelhaft. Der schwedische Justizminister Morgan Johansson rechnet damit, dass durch das neue Gesetz mehr Vergewaltiger verurteilt werden. Einfach so 100% Trefferquote oder was? Überhaupt keine Angst davor, dass man unschuldige Leute einfach auf Schuld ausweitet und dass man mehr Täter bringt. Danach würde niemand zurück zur alten Gesetzgebung wollen. Ja, weil wenn jemand irgendwas sagt, sagt man ihm, hey, warum bist du zur alten Gesetzgebung? Da hatten wir Vergewaltiger gehabt und jetzt haben wir keine mehr. Bist du etwa ein Vergewaltiger? Und dann sagst du nein, dann sagen die, das würde ein Vergewaltiger sagen. Und dann ja viel Spaß. Also wenn sie wirklich hier für Rechte und Ordnung sorgen wollen, dann sollten sie einfach den Rechtskatalog komplett außer Kraft setzen und damit gäbe es auch keine Verbrecher mehr. Ja, oder alle einsperren. Also einsperren und nur noch die Leute mit Presseausweis und so. Nein, nein, hört mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die habe ich schon länger. Man verbindet einfach so den Kreißsaal und irgendwie so, wo Babys drin gelagert werden, ins Gefängnis. Okay? Das heißt, du wirst geboren, okay? Deine Eltern müssen erst mal warten, bis du volljährig bist und dann lebst die ganze Zeit im Knast und kommst dann raus und hast dann deine Eltern da. Das bringt den Leuten bei, nicht zu vergewaltigen und das zeigt den Männern ganz klar, was sie erwartet, wenn sie mal irgendwie jemanden zu fest umarmen. Du meinst also Black America? Genau. Okay. Ja, also ich finde es mal wieder wahnsinnig. Es ist es wirklich, es ist krank. Und vor allem ja, also... Die Statistiken oder die Meldungen darüber, dass dann da in Schweden die Zahlen wieder zugenommen. Guck mal, in Schweden, das für seine Gleichberechtigung bekannt ist, hatte die MeToo-Kampagne gegen sexuelle Belästigung besonders hohe Wellen geschlagen. Ach. Ja, das verknüpfen sie jetzt damit oder so, als ob das nicht schon sowieso ständig, ich meine, an dem Abend, wo sie die Reform vom Sexualstrafrecht in Deutschland durchgeboxt haben, da war schon irgendwelche Leute von diesem Juristenbund und so irgendwo in den Medien, die gesagt haben, ja, und als nächstes dann ja heißt ja. Anne Witzurek hat es auch rausgetwittert, das ist vollkommen logisch, dass das alles nur ein Etappenziel ist und dass es dann weitergeht. Und da wird es wieder irgendwie so einen auf, ja, das ist ja die Notwendigkeit irgendwie, die Notwendigkeit von den äußeren Umständen und wir wollen das ja alles überhaupt gar nicht, aber die äußeren Umstände, die zwingen uns ja dazu, genauso wie der Kölner Silvesternacht und diesem ganzen Kram, vollkommener Bullshit, die haben da schon viel länger für gepusht auf den Kram und eigentlich war das alles begraben und vergessen und dann haben sie es wieder rausgefischt, weil sie die Möglichkeit gesehen haben und es gemacht, es ist widerwärtig und wer weiß, was jetzt, dass sie noch wieder braucht irgendwie, damit wir das in Deutschland dann auch noch kriegen, ist es sowieso nur eine Frage der Zeit. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn wir uns schon so hinbewegen, okay, in so eine Gesellschaft, die so total, was Sex angeht, richtig so auf Zehenspitzen rumläuft und so, dann denke ich mir, okay, wir könnten so ein Ding haben, wo wir eine Partnerbörse haben, wo die Eltern einfach die Kinder untereinander verheiraten mit anderen Kindern aus anderen Familien. So wie in der Türkei. So wie in der Türkei, so wie in China. Sorgen wir doch einfach dafür, dass wir auf einem Marktplatz eine riesen Wand haben, wo Leute dann anstatt Arbeitsstellen hin und so anzeigen, einfach ihre Kinder dann verheiraten, geben möchten. Oder wir machen das einfach so, dass wir aus Solidarität jetzt einfach mal 100 Jahre nur innerhalb der Familie heiraten, damit wir an andere Länder rankommen von der Entwicklung. Ja, genau. Besonders die Cousins und Cousinen in ersten Grades sind so. Ja, das fällt mir jetzt gerade nicht so ganz, erschließt sich mir jetzt nicht, was das jetzt hier mit dem Jahresdeagramm zu tun hat. Aber das meine ich nicht. Nee, ich meine damit, dass du, wenn du so auf dem Marktplatz stehst und dann siehst, hier, die Eltern von dem Kind, die garantieren mir, dass das Kind kein Vergewaltiger ist. Also nehme ich das. Oh, Mensch, OPEX hier. Kinder verkaufen, so nicht. Nicht Kinder verkaufen, die müssen schon 18 sein. Hier geht es um eine Studie von Reuters und der Pulse 2018 Trust, wo die USA noch vor Sudan als drittschlechtestes Land für Frauen gerankt wird wegen der sexuellen Gewalt. Ja, kommt da, ich weiß nicht, hast du den anderen Artikel auch, wo die Top 10 genannt ist, die Top 10 der Staaten? Nee, das war ja auch durcheinander. Hier stehen ja Top 10 drauf, aber die Top 10, die du hattest, waren andere Top 10, obwohl das irgendwie auch von der gleichen Quelle war, keine Ahnung. Da sind absolute Zahlen zugutagelegt oder was? Ja, also der dritte Platz war konkret für Risks Women Face in Terms of Sexual Violence including Rape, Sexual Harassment, Coercion into Sex and Lack of Access to Justice in Rape Cases. Da war die United States auf Platz 3. Und was aber noch krasser ist, weil die halt da auf Platz 3 waren, sind die im kompletten Ranking unter allen Gesichtspunkten auf Platz 10 gelandet. Und ich lese jetzt einfach mal vor, die Länder, also das ist kein, Platz 1 ist am schlechtesten für Frauen und ja, also Indien ist Platz 1, Afghanistan Platz 2, Syrien Platz 3, Somalia Platz 4, Saudi-Arabien Platz 5, Pakistan Platz 6, die Demokratische Republik Kongo, Platz 7, Jemen Platz 8, Nigeria Platz 9, bislang keine Überraschung und jetzt kommt United States. Ja, und wenn man sich die Liste auch durchliest, ja, man kann sich das hier in allen anderen Ländern, ja, hier das Militär vergewaltigt, die Zivilbevölkerung, Frauen werden auf öffener Straße umgebracht, bla 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 und auf Platz 10 United States. Also, das ist wirklich Hysterie. Ja, da können wir ja dann mal zu dem kommen, was oben in dem Tweet steht, was Christina H. Summers dazu sagt, nämlich, was war ihre Methodologie bei dem Rausfinden dieser tollen Sachen? Sie haben Gender-Experten nach deren Beobachtungen gefragt. Ja, meine Fresse, Alter, weißt du, im Vergleich hast du dann sowas wie Sudan und Somalia, Kongo, Afghanistan und dann kommen USA. Meine Güte, Alter, dass die Leute das selber nicht mehr merken. Ja, aber das ist ja ein ganz klares Plus für die Leute, die schon seit ewiger Zeit sagen, dass das alles eine völlig übertriebene Scheiße ist und dass es diese ständige Thematisierung, dass man in Kinderbüchern jetzt schon anfängt, die Leute darauf hinzuweisen, so ungefähr, dass es genau das ist, was zu so einer Einschätzung führt am Ende. Tja, also nach eigener Aussage hat die Thomson-Reuters-Foundation, die diese Studie angefertigt hat, 550 Experten, Experts on Women's Issues weltweit befragt und die sollten aus allen 193 United Nations Member States die Liste herausstellen und da unter allen 193 ist Amerika auf Platz 10 gelandet und jetzt könnt ihr mal überlegen, warum. Das hat nichts mehr mit Fakten zu tun. Also wenn ich das so lese mit diesen Top 10, gehen, ne? Und da heißt ja eigentlich faktisch, dass Syrien, Kongo, Südafrika, Pakistan und Afghanistan alle weniger gefährlich sind für Frauen, ne? Dann sollen doch einfach mal Frauen nach Afghanistan gehen. Was das eine Kriterium angeht, ich lese es nochmal vor, Sexual Violence, Rape, Sexual Harassment, Coercion into Sex and Lack of Access to Justice in Rape Cases. Da ist es auch Platz. Dann sollen die doch einfach alle in die Länder reingehen, okay? Wer jetzt an diese Statistik glaubt, ich will jetzt nicht, dass Frauen einfach umkommen, okay? Das ist nein. Aber die sollen einfach mal nach Pakistan, nach Südafrika, nach Afghanistan gehen und dann mir mal erzählen, wie es hier voll hart schlimmer ist, also nicht hier im Sinne von Deutschland, sondern nach Amerika, so bla. Ja? Versteht, wie ich meine, oder? Das ist so ein bisschen wie, wird das Dorf von Wölfen angegriffen? Wir fragen mal den Jungen, der immer Wölfe, Wölfe ruft. Ja. Ohne Spaß. Freiheit ist weiblich. Genau, Freiheit ist weiblich. Das Atlantikkonzil vergibt irgendwelche Preise unter anderem an dieses Mädchen, was aus Syrien getwittert haben soll. Bitte, bitte, liebes Amerika, mach mal Assad weg. Und, ja. Das ist auch geil. Weil, ich meine, gleichzeitig Fake News bekämpfen und dann so eine Ikone vor sich ertragen, die offensichtlich genau das ist. Interessant. Aber ich finde es gut, dass er das Deutsche so gut drauf hat, weil die Freiheit ist weiblich. Das stimmt. Gregorius Agilidis. Armut ist weiblich. Klar, die Armut. Die Freiheit. Ja, der Gregorius Agilidis hat das Deutsche wohl drauf, denn der gute Mann ist Bundestagsabgeordneter für die FDP. Versprecher für Familie und Senioren. Immerhin nicht für Frauen, Familie und Senioren. Ja, nee, Frauen macht eine Frau natürlich. Das darf er natürlich nicht. so, okay. Madeleine K. Albright, war die nicht irgendwie am Angriffskriegen beteiligt? Nee, die war davor, ne? Private Message Revealed that cis-journalist groupthink behind trans-median narratives. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, da habe ich den Artikel von Jesse Single hier vorgestellt, was ich jetzt ein bisschen bereue. Nicht, weil ich das, was er da geschrieben hat, für falsch halte, sondern weil ich halt über diesen Artikel vom ehemaligen Gawker-Outlet Jezebel erfahren habe, dass hinter dieser Meinungsmache, die er da ja betreibt, das ist ja klar, also ich meine, das ist kein neutraler Artikel, dass dahinter eine Gruppe von Journalisten steht, die sich über Mailinglisten, Foren etc. 420 Leuts in einer Gruppe mit Akademikern, Journalisten und Policy-Wongs. So Menschen. Ja. Ja, es gab ja mal diese Giorno-Pros vor langer Zeit, dann gab es die Game-Giorno-Pros und ich habe sowieso nicht daran geglaubt, dass es diese Gruppen nach diesen Skandalen nicht mehr gibt. Ich habe geglaubt, sie verstecken sie nur besser, aber offensichtlich kommt es dann doch immer raus. Ja. Ja, das ist ja hier wohl nur rausgekommen, weil die sich über, also ich bin mir nicht sicher, hat sich einer aus der Gruppe über die Gruppe aufgeregt oder hat sich die Gruppe über einen aufgeregt? Nur dadurch ist es ja irgendwie eins so. Die wollten dem Chassis Signal 1 auswischen, weil er sich kritisch gegenüber Transkindern ausgesprochen hat. Und deswegen haben sie die Messages von der Gruppe veröffentlicht, also die Nachrichten. Und ich meine, wie doof seid ihr? Es wird immer einen Leaker geben. Es wird immer einen geben, der sagt, nee, das gerade, das war zu viel. Gerade, weil ihr so ein Klima schafft, in dem Leute sich von allem angegriffen fühlen können. Genau deswegen wird es immer Leaker geben in euren Gruppen. Seid ihr doof? Echt. Ja, so viel zu organisierter Liebe, ne? Und wir müssen Banden bilden, so nach dem Motto, ja? Hm. Ah, ja, eine etwas lustigere Nachricht. Gay Swans in Austria attacked humans to protect their adopted baby. A Plastica. Ja, hier gab es an einem See in Österreich äh, ja, eine, quasi eine Gefahr für Badegäste, weil die immer von Schwänen attackiert wurden. Und das ist nicht nur in einer Saison passiert, sondern in zwei Saisonen nacheinander. Und dann wurde darüber beraten, was denn halt im Endeffekt mit den Schwänen passieren soll. Es gab einige, die haben sogar vorgeschlagen, die Schwäne einfach zu entsorgen, wenn ihr versteht. Aber da wurde ein Fachmann gerufen und der hat die Situation dann untersucht und hat halt festgestellt, ja, das sind halt zwei Schwäne, die verteidigen ihr Nest. Und das dauert so lange, weil die halt kein wirkliches Kind haben, sondern einfach nur einen Plastikbecher als ihr Kind adoptiert haben, weil das zwei männliche Schwäne sind. Und das ist wohl ein Verhalten, was Schwäne oftmals zeigen. Ja, und dann hat der Herr die Schwäne weggetragen und hat sie eingefangen und weggetragen und ja, es war einfach nur eine lustige, lustige kleine Geschichte zur Auflockerung zwischendurch. Zwei schwule Schwäne sorgen für Aufregung. Apropos schwule Schwäne. Sarah Wagenknecht schürt Homophobie, weil sie kritisiert hat, dass in unserer Regierung die Ehe für alle als Feigenblatt des Kapitalismus, der Umverteilung von unten nach oben, eben die Ehe für alle vorgeführt wird, hat sich Queer.de deutlich gegen Sarah Wagenknecht ausgesprochen, dass sie Homophobie und Transphobie damit schüren würde und dass sie das nicht tun soll. Und gerade doch dort, wo es sich für eine Sammelbewegung auf der linken Seite geworben hat. Rosa Lukas, wo ich ecke mal wieder an, ne? Ja. Ich sag das ja schon länger, ich fände diese Sammlungsbewegung gar nicht schlecht. Hier haben wir eine italienische Studie zum Thema gleichgeschlechtliche Ehen und deren adoptierten Kinder, also, oder halt durch Samenspende gezeugte Kinder und in dieser Studie selber hat man nicht feststellen können, dass Kinder benachteiligt sind, die jetzt zwei Väter haben oder zwei Mütter. Ich habe zu dem Thema auch schon öfters Studien in die andere Richtung gelesen und war jetzt einfach erstaunt, sozusagen, jetzt hier ein Gegennarrativ zu haben und dachte mir, dass ich das doch gleich mal mit reinhole in die Quellen, weil, ja, bin immer offen für alles und ich habe jetzt an der Studie selber jetzt keine schweren Mängel feststellen können, aber es ist halt auch immer die Frage, ob das Advokatenforschung ist und ich konnte jetzt bei den Leuten selber das nicht direkt feststellen. Also, ja. Haben Sie jetzt genau rausgefunden, dass es schädlich ist oder nicht? In dem Fall nicht schädlich. Das ist wahr. Das habe ich schon mehrfach gelesen. Also, ich habe das bisher eher so rum gelesen. Ich habe schon öfters gelesen, dass das halt nicht so gut für die Kinder ist. Also, ja. Irgendwann kommt mal eine Metastudie, die das dann klären könnte. Ja. Ah ja, die ist mir vor die Füße gefallen, auch beim Twitter lesen. Die Pyramide der White Supremacy. In einer Pyramide muss sich jeder Stein auf die unter ihm verlassen können, damit sie ihn unterstützen. Werden die Steine am Grund der Pyramide entfernt, wird die ganze Struktur zerstört. Zeig uns doch mal noch ein Stück runter, was die Steine am Grund der Pyramide der Weißen Vorherrschaft sind. So. Politics don't affect me. Not challenging racist jokes remaining apolitical. Also, nicht politisch sein, sagen Politik betrifft mich nicht, sich bei rassistischen Witzen nicht einmischen, die Konfrontation mit rassistischen Familienmitgliedern nicht scheuen, praktisch. Und da in der Mitte ist mein Liebling. Es gibt zwei Seiten zu jeder Geschichte. Das sind die Sachen, die wir als Erste entfernen müssen, damit der Rassismus aufhört. It's just a joke. Das sind aber alles Sachen, die man nicht macht, oder wie? Ne, das sind alles Sachen, die man nicht macht. Not all white people. Color blindness. Wenn jemand dich nach deinem Charakter bewertet und nicht nach deiner Hautfarbe, dann tut das zu Genozid beitragen, weil kritische Theorie hervorragend ist. Tone Policing. Was ich... Natürlich nur für die Leute, die gegen die... Oh, die Russen hupen sich einen hier draußen. Tun sie gar nicht. Das sind keine richtigen Russen. Die waren Russen, die hupen gar nicht. Ja, aber wie gesagt, also ich fand es interessant. Mein Liebling ist, we all belong to the human race. Grundfaschistisch. We all belong to the human race. We are one. Also das Faschismus in Reinform. Und ich finde es noch ein paar ganz interessante Gewichtungen, wie zum Beispiel, dass das N-Wort höher gewichtet ist als Swastikas. Oder das N-Wort höher gewertet ist als Racial Slurs. Okay? Es gibt rassistische Bezeichnungen und dann gibt es das Wort Neger. Und das wollen wir nicht hören. Das ist nämlich näher an Calls for Violence, obwohl damit überhaupt nicht irgendwie Gewalt ausgerufen wird. Claiming reverse racism. Ja, das gab es doch nie, dass irgendjemand eine Schelle bekommen hat, nachdem er Kartoffel genannt worden ist. Das gab es doch nie. Guck mal, guck mal, guck mal. Fearing people of color. Ich höre eigentlich am meisten von solchen People of Color Aktivisten-Blogs, dass da heißt, hier, lass mal die weißen Leute aus den Black Spaces raus. Die haben eher Angst vor Weißen. Und das ist dann ja eigentlich genauso zwischen Diskriminierung und verheimlichtem Rassismus, oder nicht? Ich meine, es wäre ja rassistisch zu sagen, dass Leute aufgrund ihrer Ethnie, aufgrund ihrer kulturellen, aufgrund ihres kulturellen Standes in einer Gesellschaft etwas nicht in der Lage wären zu tun, oder? Ja, auf jeden Fall. Egal, ob sie schwarz sind oder weiß. Wenn man einen von diesen Sachen nicht erfüllt, dann kann es keinen Genocide geben, auf jeden Fall. Deswegen haben die Nazis früher ja auch immer alle gesagt, not all white people. Ach so. Und haben ihre Schulen lokal finanziert. Und haben gesagt, mein schwarzer Freund hat gesagt. Und haben gesagt, wobei... Rassistische Maskottchen angeschafft, diesen Mann mit dem kleinen Bart. Wobei, also Chris, dein Beispiel mit dem not all white people, also rein technisch gesehen, haben ja die Nazis, die Slaven auch als Untermenschen angesehen. Und dann hast du technisch gesehen not all white people. Ja, okay. Im Gegenteil, dann wollten sie halt alle apolitisch sein. Ja, aber guck mal, remaining apolitical ist schon ein Grundstein aus der Richtung von Indifference rechts unten. Ja, das heißt Wenn du nicht für uns kämpfst, kämpfst du gegen uns. Warte, ja, wenn ich nicht politisch bin, wenn ich nicht politisch bin, dann ist das ein Grundstein der weißen Vorherrschaft. Das ist eine Fangfrage. Du kannst gar nicht politisch sein, weil das Private ja schon... Nicht politisch sein, weil das Private doch schon politisch ist. Ja, nee, aber ich würde das gerne verstehen, weil es eigentlich so ist, dass es hier überhaupt keine Ausnahmen gibt. Also wirklich alles. Egal, was du... Vorher haben die Nazis total viele English-only Initiatives gemacht. Alles, was du machst, ist ja politisch, auch wenn es privat ist, natürlich. Und wenn du dann behauptest, du interessierst dich nicht dafür, dann nimmst du eben nicht aktiv genug teil. Du bist ja nicht aktiv genug gegen... Und die konfederierten Flaggen, die hatten sie in der Nazizeit auch jede Menge. Prioritizing intentions over impact. Also die Intention von dieser Pyramide ist, für ein besseres Zusammenleben in der Gesellschaft zu sorgen. der Impact ist, dass man das rassische, tribalistische Bewusstsein der Menschen schärfen tut. So. Weiß ich. Da beiß es sich selber in den Schwanz. Tja, aber gut, dass wir das geklärt haben. Pyramiden sind keine Startrampen für Raumschiffe, sondern auch nur ein soziales Konstrukt. Gebaut mit Kulturmarxismus. Das ist auch ganz anders. Genau. Und Kulturmarxismus war die Baumethode. Ja. Medienkompetenz. Wahre Welle für die Bildung. Ja. Wahre Welle. Weißt du nicht, ob ihr das mitgekriegt habt? Bei mir ist es eigentlich nur durch die Aufklärung aufgetaucht. Hat jemand von euch das von der Aufklärung mitbekommen? Ich habe das Video gesehen. War das unter irgendeinem anderen Namen? Lungen und Bienen oder so, ne? Ne, es sollte Wahre Welle heißen und angeblich hat eine Seite mit dem Namen Breitbart Deutschland für Wahre Welle TV geworben. Da wäre ich gleich misstrauisch geworden, weil Breitbart Deutschland war doch sowieso jemand, der das gekauft hat, als Breitbart mal irgendwie angedacht hat, nach Deutschland zu gehen, um Breitbart zu ärgern. Und auf LinkedIn und Xing waren Stellenanzeigen für Moderatoren und Reporter zu finden. Also irgendein Alternative Media Ding sollte das sein. Und die haben wohl auch irgendwie Videos gemacht und Sachen. Hier, dieser, wie ist das hier? Du suchst eine Redaktion, die sich nicht von modernen Sozialtrends verblenden lässt, sondern systematisch und faktenbasiert arbeitet. Das finde ich schon ganz lustig, dass hier so die, dass hier praktisch die Vorurteile gleich in die Bewerbung eingebaut werden. Ja, und am Ende kommt das raus, es war alles ein riesiger Hoax und das ist finanziert worden mit deinem Steuergeld über die Bundeszentrale für politische Bildung, um den ganzen alternativen Fakten Leuten mal so richtig eins auszuwischen. Irre, oder? Also die Inhalte waren wohl einerseits ein Video über den 11. September, dann ein Video, das heißt Zurück in die Jew-Kunft, wo es um die Protokolle der Weisen von Zion geht und sonst ein Fake-Soap im Sinne von Berlin Tag und Nacht, eine Sendung namens Such den Sündenbock, was auch immer das sein soll, eine Satire-Version des ZDF-Polit-Magazins Frontal 21 und der Shopping-Sender Reha 51 der handgewickelte Aluregenschirme anbietet. Also wer das ernst nimmt, ich weiß auch nicht. Ist das lustig. He he he. Ja, ich meine aber, das Blöde ist, dass das halt die Bundeszentrale für politische Bildung, was zum Teufel haben die genommen da, dass ihr glaubt, das ist eine Aufgabe. Das wenn sie wollten, die richtig witzig dürfen sie ja nicht. Ja, und natürlich auch alles in einen Topf geworfen. Also irgendwie das Problem mit Migration ist natürlich von den Leuten, von den gleichen Leuten, die auch 11. September, die auch Judenkram und alles irgendwie doof finden. Das ist ein Hass, ne? Da hat sich die BPB wohl von modernen Sozialtrends verblenden lassen. Wahrscheinlich haben die einfach mehr Kriegs gehabt als die und da waren die neidisch. Ja, aber die Garantie ist ja auch schon mal gelogen. Also zwangsgebührenfrei ist das ja nicht. Also ich meine, es hört sich ja, wenn man das unter dem Satire-Aspekt sieht, hört sich das eigentlich gar nicht mal so unlustig an, bis auf das eine. Aber, aber was ist Such den Sündenbock? Kennt ihr das? Also die Folge habe ich gesehen, wo, wo der Junge irgendwie soziale Angst hat oder Phobie, sich ja schlecht verhält und dann stellt ein Experte fest, dass er unter Islamisierung leidet und dann nimmt die Mutter ihn aus der Schule raus und seitdem ist das Verhältnis zwischen Mutter und Kind besser geworden. Ja, das war der Beitrag von den bei Such den Sündenbocken. Das ist doch eklig. Also was soll das denn? Ja. Alles Verschwörungen oder was? Ja. Gibt es ja gar nicht. Gibt ja niemanden in Deutschland, der mit dem Islam irgendwas anstellt. Weißt du was, jeder siebte Mord ist ein Ehrenmord. Weiß nicht mehr die genaue Zahl. Aber ja. Eine andere Sache, die es ja anscheinend nicht zu geben scheint, ist der Qualitätsfilter. Gibt es ja schon, aber der richtet sich ja nur gegen Rechte und keine Ahnung was. Genau. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da steht hier, wer ist von dem neuen Filter betroffen. So ein paar Punkte. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht so aktiv auf Twitter, aber vielleicht, ich habe ja mitbekommen, einige von euch waren davon ja auch betroffen. Das heißt, einige von uns AdWeltraumaffen ist davon betroffen. Also, neben zum Beispiel meinem Account, ich weiß nicht, wie es bei den anderen sind, ist aber AdWeltraumaffen unterliegt dem QFD-Bahn. Und ich habe eine schöne Zusammenfassung von jemandem aus dem Reconquista-Lager die Woche im Internet gelesen, die ist doch so ein bisschen rumgegangen auf Twitter, dieses naja, es ist ja alles nicht so schlimm, es werden ja nur Meinungen gelöscht, die die breite Mehrheit sowieso nicht vertritt. Und da schlafen mir halt alle Sachen ein, die mir einschlafen können, weil genau so fängt es an im Endeffekt, ohne das dramatisieren zu wollen. Aber wenn man schon von vornherein sagt, ja, manche Meinungen sind weniger wert, weil die weniger Leute haben und deswegen müssen wir die auch nicht irgendwie der Öffentlichkeit diskutieren, dann sind wir nicht mehr so weit von 1984. Hier hat Bellthauer die Funktionsweise, die angebliche, ich weiß nicht, wo sie das so genau herkamen, aber von dem QFD-Filter mal erklärt, wie oft der Account gemeldet wird, wie oft der Account nach einer Interaktion geblockt oder stumm geschaltet wird. Interessant im Zusammenhang finde ich mit den Blocklisten von Böhmermann. Accounts, die ständig Userinnen anschreiben, denen sie nicht folgen. Ja, ich dachte, dafür wäre... Ja, eben, auch bekannt als den Nutzwerk von Twitter. Ja. Verhalten, das auf einen koordinierten Angriff hinweisen kann, also das, was Leute immer als... Und dann wurde ich von einem schrecklichen Mob von rechten, organisierten Accounts angegriffen, was in Wirklichkeit nur ist, ich habe irgendeine Scheiße geredet und Leute haben sich rechtsmäßig darüber aufgeregt, Sibel Schick oder wie auch immer. Ja, Hashtag MeToo, sag ich nur. Wenn ein Account keine bestätigte E-Mail-Adresse hat, ich dachte, die muss man sowieso bestätigen. Wenn dieselbe Version gleichzeitig mehrere Accounts erstellt, warum? Ich meine, es kann, also es kommt doch auch wieder drauf an, wenn ich einen Account für... Also wenn ich... Ich entschließe mich auf Twitter zu gehen, da hätte ich gerne einen persönlichen Account, den für meine Firma und den für meinen Hund. What's the fucking problem? Weiterhin werden Accounts beobachtet, die mit UserInnen verbunden sind, welche die Twitter-Regeln verletzen und wie diese untereinander interagieren. Heißt Sippenhaft. Ich weiß, was will Twitter damit bezwecken, wenn das alles stimmt? Ja, vor allen Dingen, das alles wieder unter diesem Kontext von dieser Überschrift hier, der neue Twitter- Qualitätsfilter und die rechte Erzählung über politische Verfolgung. Also das finde ich auch gut, bei denen ist alles narrativ, schön neuleutsch, hier ist es eine Erzählung und dann Twitter baut einen Qualitätsfilter ein. Lalalala, mit der Hoffnung so zur Normalisierung der Diskussionskultur im Netz wahrzutragen. Alles positiv, alles prima. Und aber es gibt Leute, die mögen das nicht, weil sie keine Diskussionskultur haben wollen. Als Problem benennen sie trollhaftes Verhalten, dass die öffentliche Diskussion auf Twitter verzerre und ablenke. Sie unterscheiden dies allerdings von trollhaftem Verhalten, dass fun, good und humorous ist. Aha, okay, jetzt verstehe ich. Wenn ich also sage, all white people should die, dann ist das fun, good und humorous. Wenn ich das aber über eine andere Bevölkerungsgruppe sage, ist das natürlich... Ja, das ist Selbstermächtigung sowieso, ja. Den besten Teil finde ich auch, ach, ne, das ist ja nur so eine Erzählung und bla 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 UserInnen, die von dem Filter betroffen sind, werden bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht darüber benachrichtigt. Twitter gibt aber an, dies ändern zu wollen. Weiterhin wollen sie in Zukunft Menschen dabei helfen, ihre Bewertung weiter zu verbessern. messern. Ja, in ihren ersten internationalen Tests hat Twitter einen Rückgang um 4% bei Beschwerden in ihren Suchergebnissen und 8% in Unterhaltung festgestellt. Ja, warum wohl? Weil die Leute es nicht mehr gesehen haben. Ich meine, der Witz ist halt auch, es steht oben drüber eine rechte Erzählung und unten wird beschrieben, wie der Zensurmechanismus funktioniert. So, ich, was, was soll man dazu noch dazufügen, so, dass das die Überschriften widerspricht sich mit dem Textblock. Und sich den Artikel nicht durchlesen, um sich, wenn man keiner hinterher sagen, ja, wir haben es ja erwähnt. Ja, nee, ich glaube sogar, das ist deren verdrehtes Weltbild. So nach der Motivation, oh mein Gott, diese Rechten regen sich auf, dabei werden die doch nur hier irgendwie weggelöscht, weil die doch so furchtbar schlimm sind. Was wollen die denn? Na, das ist auch wieder dieses Ding, die fordern das die ganze Zeit und hinterher ist es dann wieder von wegen so, nee, das haben wir alles nie haben wollen. Ja. Ich fand das auch interessant, wie dieses Rote X gleich so eine Gamergate-Behandlung bekommen hat und man versucht hat, da aus allen gleich wieder Nazis zu machen. Unter anderem hat ja auch der Herr Böhmermann diese Woche eine Liste von allen Leuten mit einem Roten X anlegen lassen, damit die dann auch weiter gesperrt werden oder geblockt werden können von irgendwelchen anderen Leuten, was natürlich dann wiederum dazu beiträgt, dass diese Leute auch nicht mehr aus dem QFD rauskommen. Juhu, Soziale. Kann man, also ich habe auch ein rotes X, weil ich sehe das auch so, also man muss es wenigstens öffentlich machen, dass zensiert wird, es mir völlig egal, ich kriege die gleichen Sachen so, warum hört ihr nicht mit Gamergate auf, das wirft euch in einen Topf mit Harasser und warum hört ihr nicht mit dem roten X auf, das wirft euch in einen Topf mit, keine Ahnung, Dora-Switchert oder sowas. Bitte verwende auch das Wort Kulturmarxismus nicht mehr. Ja, genau. Das ist alles Schlangenöl und das kannst du jetzt bitte mal lassen, weil das stört nur in der neuen, schönen, guten Welt. Genau, das ist ja in Wahrheit Kulturmaximierung. Genau. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, nein, er wird sagen, Hashtag QFD-Rotes-X, Mario Sixtus. Ich kann dazu nicht mehr einen Kommentar bringen, ohne mich halt wieder der Gefahr auszusetzen, rechtlich verfolgt zu werden, wenn du weißt, was ich meine. Ich könnte jetzt ein Schmähgedicht machen, aber das mache ich nicht, weil das so macht man es halt nicht. So eine Verrücktheit, so ein Wahnsinn, also es ist mir echt unbegreiflich. Also er bezeichnet mich damit im Endeffekt als Faschisten, das muss man sich mal reinziehen. Ja, den werden wir auch mal kalt. Und diese machen wir ernst genommen, offensichtlich. Oder den Sebastian von Red Pill bezeichnet er auch als Faschisten. Ja, aber du vertrittst ja hier auch in weiten Teilen Biologismus und hast Sprache Level 4. Ja, dann bin ich ein Biologist und vielleicht ein Hater, keine Ahnung, aber ich bin immer noch kein Faschist. Was geht denn Mario Sixtus Kopf vor? Nicht viel. Er ist ein Cyborg. Also bei jemandem wie Mario Sixtus würde ich drauf mich verwenden, dass es ihm um eine heldenhafte Erzählung seiner eigenen Persönlichkeit geht, weil er steht hier auf der sozialen Plattform gegen Nazis, gegen den Faschismus und in seinem Leben passiert wahrscheinlich ansonsten nicht wirklich viel, nichts von Bedeutung und deswegen hat er irgendeine romantische Erzählung dafür, wie er gegen einen totalitären Staat kämpfen würde, wäre er nur damals mit dabei gewesen. Das ist das, was in seinem Stammhirn mitschwingt. Ich hätte den Widerstand geleistet. Das ist das. Ja, dich vor ein Panzer stellen oder irgendwie rufen, Qualitätsfilter ist blöd, ist ja auch so etwas das Gleiche. Ja. Tja, es hat sich jemand die Mühe gemacht und mal den Hashtag Twitter vom 28.06.2018 ausgewertet und gepumpt. Den Hashtag Ilna meinst du? Ja, Hashtag Ilna? Verzeihung, habe ich was anderes gesagt? Egal. Egal. Okay. Ja, also Hashtag Ilna, Malbrit Ilna ist ja die Sendung und da wird immer viel getwittet auf Twitter und man sieht jetzt die Übersicht leider nicht, die ist im Archiv ein bisschen abgeschnitten, deswegen lese ich das jetzt mal vor. Er hat halt alle Tweets ausgewertet, insgesamt waren es 1477 Tweets und von denen waren 19, etwas Prozent ausgeblendet und zwar 293. So, also die waren von diesem QFD betroffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe die Methodik von dem nicht nachvollzogen, ich gebe das jetzt einfach wieder und er meinte 19 Prozent von allen Tweets wurden ausgeblendet. Interessant fand ich, dass 42 Prozent aller Retweets ausgeblendet wurden. So, also Tweets, Antworten, Likes, alle ungefähr 20 bis 30 Prozent, aber gerade die Retweets wurden zu 42 Prozent ausgeblendet, was ja schon relativ viel ist. Ja, fast die Hälfte. und dann gibt es da drunter eine Liste, wie man hier sieht und die ist halt eingefärbt. Ich bin die jetzt nicht fünf bis zehn Minuten, habe ich mir das mal durchgelesen und also man sieht schon, dass da die Kriterien schon, ich sage jetzt mal, ja, politisch teilweise gewichtet sind, teilweise kann man es auch gewisserweise nachvollziehen, aber so ganz neutral ist die Auswahl, was da ausgeblendet wird und was nicht, auf gar keinen Fall. Da kann man nicht zu dem Schluss kommen, wenn man sich da mal hundert von den Dingern nacheinander durchgelesen hat. Ja. Naja, findet ihr in den Show Notes, könnt ihr ja mal durchgehen und euch selbst eine Meinung bilden, ob das so neutral gefiltert wird oder ob das vielleicht doch nicht so ganz neutral ist. In Österreich regieren die Rechten und die Künstlerinnen wehren sich. Die Autorin Stefanie Sagnagel lädt zum Subversiven Treffen ins Kaffeehaus. Wohin sonst? Die Frau Sagnagel erklärt uns hier, wie Österreich funktioniert. Die ist so eine Autorin. Und ich habe jetzt keinen Titel von ihr. Ja, auf jeden Fall sehr bekannt vor, die Dame. Ich glaube, die haben wir irgendwann schon mal gehabt mit irgendwas. Ja, ja, ich glaube, ich versuche es mir hier gerade selber aufzurufen, aber ich muss doch auch das Archiv haben hier. Genau. Weiter werde ich gefragt, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung in Österreich unter dieser neuen Regierung? In meiner Lesung baue ich seit einigen Monaten folgenden Witz ein. Ich habe fünf Jahre in einem Callcenter gearbeitet und ich vermisse den Kontakt zu den Menschen als Dienstleisterin durch die täglichen nervenaufreibenden Anrufe. Seit ich selbstständige Künstlerin bin, werde ich zur Stimmung der österreichischen Gesellschaft befragt und antworte, keine Ahnung, oder? Ich bin jetzt Künstlerin, ich habe keinen Kontakt zur Bevölkerung, fragen Sie das doch die Leute im Callcenter. Ich finde, das passt ganz gut zusammen, wie die jungen Leute funktionieren, meiner Meinung nach. Ich darf das sagen, weil ich bin ein alter Sack, aber ich finde, also diese Hohlheit, dieses Selbstzentriere, ich bin jetzt Künstlerin, ich habe, okay, Kontakt zur Bevölkerung, okay, keine weiteren Fragen. In Wien, dem kulturellen Zentrum Öster, nee, Moment, das wollte ich ein bisschen früher anfangen. Seit ich auf der Welt bin, gibt es eine starke Präsenz der FPÖ, rechtsextreme Burschenschaft, da marschieren jeden Mittwoch an der Uni auf, regelmäßig ziehen Parteiplakate mit Sprüchen wie Daheim statt Islam, das Land. Österreich war immer schon ein außergewöhnliches, chauvinistisches Bauerndorf. Die meisten Männer in meiner Familie wählen FPÖ. In den politischen Machtpositionen sitzen, seit ich denken kann, untersetzte, stämmige Hinterwäldler. Eine Mischung aus Bayer, Slave und Schwein. In Wien, dem kulturellen Zentrum Österreichs, das traditionell eine Einwandererstadt und der Hort einer starken Sozialdemokratie ist, bekommt man von diesem Rechtsruck als weiße Künstlerin vielleicht am wenigsten zu spüren. Mein Alltag spielt sich immer in einer widerständigen Subkultur ab, auch wenn ich schon lange Vorfilterblasendiskussion die Homogenität linker Szenen auf Dauer langweilig fand. Mein Umfeld ist schwul, lesbisch, arbeitslos, depressiv, exzentrisch, tagträumerisch und feministisch. Viele funktionieren nicht richtig und beziehen Mindestsicherung. Das war für mich immer selbstverständlich und mit dem Rest der Welt war ich mit der Schule nur noch familiär oder nachts in Kneipen in Kontakt. Das sind die Künstler, die sich angeblich so sehr mit der Gegenwart befassen und die so sehr darauf bedacht sind, die Realität abzubilden und was zu ändern. In Wirklichkeit leben die alle so. In ihrem Zirkel, kommen über die Runden und genießen, dass sie ein großes Sprachrohr haben, ohne was leisten zu müssen. Das ist meine Beobachtung. Und ich finde das mit den Slawen, Bayern und Schweinen, das sollte sich mal jemand trauen, über andere Gruppen so zu schreiben. Ich meine, Akif Pirinci ist nicht umsonst in Deutschland geächtet worden, zum Beispiel. Und ich finde das super frech, dass sich die Linke sowas rausnehmen kann mit ihren Galleonsfiguren. Während halt wir eben ja das QFD-Thema hatten, die Diskussionsrechte anderer Leute weiter beschnitten werden und das noch unter Applaus. Tja, sure, call Trump a Nazi. Just make sure you know what you're talking about. Ja, ich weiß ja nicht, ihr kennt doch bestimmt alle Godwin's Law. Ja, das ist ja so ein Beaumont, der quasi sagt, ja, ab einem gewissen Punkt erreicht eine hitzige Diskussion immer den Status, dass einer den anderen Hitler nennt und dann bricht die Diskussion auseinander. Das ist ja postuliert worden von Mike Godwin, deswegen Godwin's Law und ja, das ist schon ein paar Jahre her, also 2015 hat er das geschrieben, im Dezember. Es ist total an mir vorbeigegangen, das habe ich jetzt vor kurzem erst gehört und ich fand das einfach nur krass. Also Godwin's Law gilt nicht für Trump. Okay. Das habe ich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, weil der philosophische Aspekt von dem Godwin's Law war ja, dass man eine gewisse Diskussionskultur haben will und dass solche Vergleiche einfach die Diskussion kaputt machen und deswegen zu keinem sinnvollen Ziel führen können und ja, wie soll man das nennen? Trump Derangement Syndrom, ja, also der Erfinder von diesem Bombo, gut, der hat jetzt mittlerweile seine eigenen privaten Ziele, was weiß ich, wo der im Hintergrund tätig ist, aber ich finde das schon krass. Also Godwin's Law gilt nicht mehr für Trump. Dann könnte man ja nach wissenschaftlicher Axiomatik sagen, ist es nicht mehr wirklich allgemeingültig, oder? Hm, nicht gut. Man könnte auch einfach sagen, der Erfinder ist ein Idiot. Ja, also, warum soll das nicht für Trump gelten? So, ich, meine Güte. Ja, also, reductio ad Hitlerum, wie es ja auch heißt, würde ja immer vom Kontext abhängen und ja, unter aktuellen Führern auf der Weltlandschaft würde es ja auf der Hand liegen, dass Trump besonders schlimm wäre. Also, ich weiß nicht. Wir haben ja schon einen ordentlichen Hitler-Vergleich. Von Trump, nicht von Duterte oder so. Du brauchst ja politische Gefangenenlage für einen ordentlichen Hitler-Vergleich, weißt du, und wo sind die in den USA? Ja, also, ich frage mich sowieso, bei der ganzen Einwanderungsdebatte vor ein paar Jahren gingen ja die FEMA-Camps immer durch die Nachrichten, aber die werden nicht erwähnt, wer weiß. Also, die ganzen Flüchtlinge aus Mexiko, die sollen ja jetzt, weil sie ja als Familie zusammen untergebracht werden müssen, werden jetzt quasi ehemalige Militärbasen von der Armee zur Verfügung gestellt, weil die halt nicht so normale Gefängnisdinger haben können wegen Familien, sondern da werden jetzt tatsächlich solche Camps errichtet. Aber, das hat ja die demokratische Partei forciert mit ihrem Handeln. Naja. Flexibility our hate mail. The Duality of Media. Ah ja. Ja, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, mir beide Artikel anzugucken, weil ich kann auch nur so viel leiden innerhalb von einer Woche und mir nicht noch mehr Blödsinn angucken. Aber man kann an der Stelle auf jeden Fall, wer auf Twitter unterwegs ist, sollte sich den Account hier merken, Orwell and Good. Da sind oftmals Sachen dabei, wo einem der Mund offen stehen bleibt. Und einiges findet sich dann vielleicht auch manchmal hier wieder. Deswegen hat das mit dem Godwins Law ja auch so gut dazu gepasst, weil zurzeit dieser einigermaßen respektvolle Umgang miteinander, gut, das ist natürlich immer ein hehres Ziel, aber das hat ja mittlerweile ein Level erreicht, gerade in Amerika, gerade im Zusammenhang mit Trump. Ich kann, ich sage nur Maxine Waters, eine sehr berühmte demokratische Politikerin, die offen dazu aufruft, dass man halt Privatleute mit Mobs attackiert. Ja, wir müssen Banden bilden immer wieder. Das wiederholt sich irgendwie. Wenn sie im Restaurant sitzen, dass sie angegriffen werden sollen. Ja, aber die stellt sich öffentlich hin und sagt, ja, nein, ihr müsst die, die benutzt selber die Worte, you have to harass them. Und hinterher wird sie darauf angesprochen und sagt, ja, genau, müsst ihr machen, die entschuldigt sich nicht mal dafür. Unglaublich. Aber deswegen, ich habe auch ein paar andere Headlines gesehen, die sind einfach, keine Ahnung, einfach nur noch Schimpfworte. Naja, ich fasse zusammen, meisterhaftes Falschmeldungen, Deutschland zuerst. Wenn ich das jetzt noch mit Adjektiven dekoriere, wunderschön, sehr, sehr großartig oder fantastisch. Klingt das erschreckend, aber wahr, fast wie Hashtag Trump. Julia Kritian zum Verhalten der CSU. Oje. Jetzt muss man in den öffentlich-rechtlichen, aber flugs und schleunig CSU und Trump miteinander in der Assoziationskette verwurschteln, weil sonst unsere Gottkanzlerin Merkel irgendwann noch vom Thron fällt. Das schafft die Tagesthemen. Apropos, es ist ja auch immer noch der Streit in der Schwebe. Die letzte Schlagzeile der Tagesschau sagt, Stimmung in München klar pro Seehofer. Die Sitzung zieht sich hin und Söder hat gesagt, nicht wer Recht behält, es entscheidend, sondern was richtig ist. Die Menschen würden spüren, dass Politiker aus Angst oder Überzeugung handelten und wenn ich vor der Wahl stehe, fällt die Entscheidung eindeutig. Also das hört sich für mich momentan noch ein bisschen nach Aufstand in Bayern an. Aber warten wir mal den Rest des Amts ab. Ja, Rechte freut Deutschlands WM aus. Das ist ein, also ich finde, das ist ein sehr perfid, das ist ein Negativbeispielartikel hier, ist ein sehr perfide geschriebener Artikel. Aber der Herr Nowak ist doch auch ein alter Bekannter für sehr tendenziöse Artikel, oder? War das nicht was? Ja, aber gut, ich meine, Deutschland ist ja jetzt nicht mal bei der Weltmeisterschaft dabei. Spanien wohl auch nicht, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Nein, Spanien nicht mehr, Portugal nicht mehr, das geht gerade Argentinien nicht mehr, das ist schon, ich habe noch kein Spiel gesehen und interessiere mich eigentlich nicht so dafür, aber seit die Favoriten, wie die Fliegen sterben, finde ich es fast schon interessant. Tja, das Prognosemodell vom MIT, was wir mal vorgestellt hatten, das hat ja gesagt Spanien oder Deutschland, das war so viel dazu. Ja, in dem Artikel wird sich darüber aufgeregt, dass halt, ja, das ist, das halt auf Twitter sich über Özel und andere Fußballspieler aufgeregt wird und das überall wieder fahren haben und dass die Deutsche ihren Patriotismus ja immer wieder nur zu Länderspielen wieder entdecken und dass es irgendwie eine ekelhafte linke Bewegung gäbe, ich paraphrasiere jetzt die, quasi nicht einen Deutschland- Patriotismus, sondern einen Schland- Patriotismus feiern würde, also ein sehr, sehr perfider Artikel, kann man sich ein bisschen aufregen, naja, aber ich meine, was soll man sagen, also ich meine, es ist doch schlimm genug für Fußballfans, da muss man doch nicht noch so nachtreten. Fußball muss erwachsen werden. Auch Fußball ist politisch, oder wie? Ja, das war sowieso schon lange, also nicht umsonst. Gündemann und Özil. Ja, es gibt irgendwelche Bundestagsabgeordneten, die hohe Ämter beim DFB haben und so. Irgendwo habe ich heute auch gelesen von jemandem journalistisch, dass es schade wäre, dass die Deutschen einen Händedruck bei Putin für den Fall des Weltmeisterschaftsgewinns nicht vorher ausgeschlossen haben. Das wäre ein Signal gewesen. Heiderabert. Die Antwort, also die Berichterstattung, die mir am meisten gefallen hat dazu, war von der BBC World Cup 2018 Defending Champions Germany Dago House BBC Pidgin hatten wir ja schon mal hier. Kann man sich durchlesen, ist einfach sehr lustig. Verlinke ich später auch nochmal in den Shownotes. Also ich habe es mir auf Twitter sozusagen angeguckt und die Reaktionen waren schon teilweise ziemlich gut. Am besten fand ich eigentlich wieder mal hier Darth Monchischi mit seinem Naja komm, das war doch nur die Vorrunde. Ja, also mich freut es ehrlich gesagt so ein kleines bisschen, aber das liegt größtenteils an dieser Unsitte mit der Scheißhupperei. also seitdem das angefangen hat, da bin ich immer ganz erleichtert, wenn Deutschland nicht allzu weit kommt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber nicht mal ins Viertelfinale zu kommen, hat mich auch selber überrascht. Ja, überrascht, aber naja, ich meine, es hat sich auch schon so ein bisschen angekündigt, weil es hieß ja schon nach diesem furchtbaren Pokalfinale, dass ja angeblich die Bayern alle so demotiviert wären und dann halt noch das Ding mit dem Gündogan und so und Özil, also dass die da nicht mit dem Herzen so richtig dabei waren, viele Leute von denen, das Also ich habe das Spiel selber nicht gesehen, aber ich habe ja auch nochmal unsere Bundestrainer Credibility hier rausgeholt. Ja, ich fand es bemerkenswert, ich habe das Spiel selber nicht gesehen, aber ich habe von vielen Leuten, die sich auch überhaupt nicht für Fußball interessieren, gehört so, ja ey, nee, das sah irgendwie nicht richtig aus. Also das scheint irgendwas absolut schiefgelaufen zu sein, wenn die selbst sagen, ja ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber das sah irgendwie nicht richtig aus, was da passiert ist. Die Russen haben sich da eingemischt, die haben die WM gehackt. Eher so von der Leistungsbringung der Mannschaft her, so meinte ich das. Ja, was ist mit dem Waffenhandel? Der gute Herr, der die Internetseite hier Migrantenschreck zum Verkaufen betrieben hat und Anonymous News, der ist jetzt ausgeliefert worden von Bulgarien aus und ja, jetzt kann er keinen Migrantenschreck mehr verkaufen. AfD-Treffen, Teilnehmer bedrohenden und attackierten Journalisten. Hier geht es um das Kiffhäuser-Treffen, was ja den rechten Flügel, also explizit den rechten Flügel der AfD repräsentiert und ja, also da kann man kann man getrost sagen, dass da, wenn da Leute demonstrieren, da kann man nicht unbedingt so dagegen sein. Ich habe mir jetzt keine Reden von denen so angehört, aber ich meine, ich fand das sehr bemerkenswert aus zwei Gründen. Einerseits gibt es halt ein Video, wie da die Leute attackiert werden und da kann man sich das ja ansehen, muss jeder bewerten, wie signifikant das jetzt ist und ich fand das seltsam, dass da so wenige Protestanten waren. Gerade bei dem Treffen des rechten Flügels von der AfD hätte ich irgendwie mit mehr Demonstrationen gerechnet, das waren wirklich eine Handvoll und auch beim AfD-Parteitag jetzt wurde von 5000 Demonstranten gesprochen, da hätte ich auch irgendwie mit mehr gerechnet. Ich weiß gar nicht, was ich so davon halten soll. Wir sind jetzt hier an der Zufahrt zur Messe, da wo der AfD-Bundesparteitag stattfindet. Wir haben jetzt hier zwei kleinere Schwerpunkte, hier einmal an der Zufahrt und zum anderen am Messeparkplatz Süd, wo sich die Versammlungsteilnehmer versammelt haben und hier ist die Stimmung emotional, aber ich würde sagen, für eine Veranstaltung dieser Art haben wir das auch so erwartet. Sie haben im Vorfeld angekündigt, niedrige Einschreitschwelle, was heißt das konkret? Unsere Prämisse ist natürlich und unsere klare Haltung ist, friedlichen Protest, friedliche Meinungsäußerung, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit und auf Versammlungsfreiheit in jedem Fall zu schützen. Genauso ist unsere Aufgabe, den Bundesparteitag zu schützen. Wir haben da eine neutrale Rolle, wo wir eine niedrige Einschreitschwelle haben und das muss auch eben klar sein, ist, wenn die Aktionen keinen Versammlungscharakter mehr haben, wenn es also gewalttätig wird, dann schreiten wir mit einer niedrigen Einschreitschwelle ein, weil wir einfach auch jedem ermöglichen wollen, friedlich auch zu demonstrieren. Alexander Kehl hat es gerade angesprochen, 1000 gewaltbereite waren erwartet. Wie viel sind es? Ich denke, dass die Zahl drunter liegt. Eine genaue Zahl kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich denke, es sind mehrere hundert, teilweise auch noch auf der Anfahrt, wobei ich jetzt auch sagen muss, die Stimmung hier ist emotional. Ja, die Versammlungsteilnehmer äußern sich auch lautstark. Es war vorher noch ein bisschen lauter, aber insgesamt würde ich sagen, doch relativ friedlich auch. Ganz kurz, was erwarten Sie heute noch? Also wir haben jetzt im Rahmen der Vorkontrollen, haben wir schon beim einen oder anderen auch eine Bewaffnung aufgefunden und weggenommen, Sturmhauben, verschiedene Gegenstände auch, die wir eigentlich bei einer friedlichen Versammlung so nicht haben wollen. Insofern sind wir gespannt, wie sich es noch entwickelt. Die ganzen Versammlungen und Veranstaltungen aus dem bürgerlichen Lager, da haben wir die klare Erwartung, dass das friedlich ablaufen wird. So kennen wir auch die Augsburger hier in der Friedenstadt. Allerdings mussten wir auch schon unmittelbaren Zwang anwenden. Und zwar haben jetzt hier mehrere Versammlungsteilnehmer versucht, vorhin, als die AfD-Delegierten eingefahren sind, hier Absperrungen zu übersteigen und auch unmittelbar auf die Autos einzuwirken. Da mussten wir eben Zwang anwenden und auch teilweise schon Pfefferspray anwenden. Ansonsten ist der Verlauf bis jetzt relativ friedlich. Also relativ friedlich, aber auch relativ laut hier in Augsburg vor der Messe. So, und das sieht man ja, das ist am ersten Tag um 10 Uhr gewesen und seitdem hat sich die Lage nicht großartig verändert. Ich habe gelesen, 20 Festnahmen gab es insgesamt und 5000 Leute waren insgesamt wohl irgendwie vor Ort ungefähr. Über die gesamte Veranstaltung, ihr seht das ja auch im Hintergrund, gehen die Leute nicht mehr demonstrieren jetzt auf einmal? So, oder ich finde, das ist das Bemerkenswerteste an der ganzen Angelegenheit. Ich meine, gut, wir haben jetzt, wir haben jetzt ja Sonntag und das findet ja noch statt und vielleicht geht heute Abend der Krawall los, ja. Es ist ja meistens abends, wenn die normalen Leute nach Hause gehen, geht es ja los mit dem Krawall. Vielleicht sind die aber auch alle mit Mami und Papi in den Ferien, wir haben Schulferien, darfst du nicht vergessen. Also ich fand das einfach wirklich bemerkenswert, dass doch normalerweise der Protest etwas größer ist und gerade bei diesen zwei Veranstaltungen, die doch relativ, in Anführungszeichen hochkarätig sind, nix oder kaum was. Ich finde es vor allem schade, dass da von diesen Kiffhäuser-Heinis wieder der Name von Barbarossa in Schmutz gezogen wird. Man sollte echt den Rechten mal verbieten, den Namen Barbarossa für sich zu vereinnahmen. Ja, das, ich habe ja schon was dazu gesagt, finde ich auch nicht gut. Ja, wir bräuchten 66 Jahre, um alle Unternehmen mal durchzuprüfen. Ja, und das einfach nur auch mal als Lese- beziehungsweise auch Hörempfehlung. Es wurde ja gerade eine Mindestlohnerhöhung beschlossen und hier wird einfach mal das System so ein bisschen erklärt, warum es gar nicht darauf ankommt, wie hoch der Mindestlohn eigentlich ist, sondern es geht halt darum, dass man die Ausweichmöglichkeiten halt begrenzen kann und ja, dass man halt auch irgendwie mal zumindest auf den Niveaus Kontrollinstanzen schaffen muss, Kapazitäten vorhalten muss, um das prüfen zu können, weil da einfach die Anreize so niedrig sind, dass man, dass halt es schon fast in der Branche, in vielen Branchen üblich ist, den Mindestlohn immer zu umgehen. Ich meine, das ist, denke ich, mein offenes Geheimnis. Ja, einfach nur mal ein interessanter Artikel dazu zur Empfehlung. Was soll man sonst dazu sagen? Wo bleibt eigentlich die Humanität? Wir haben hier geredet von Ordnung, von Steuern, von Abschottung, von Sicherheit. Ja, aber es geht um Menschen. Es geht um Menschen, die sich aufs Mittelmeer begeben und die dort tagelang rummeandern und am Schluss sind die Seenotretter es, die kriminalisiert werden. Wo sind wir eigentlich? In welchem Land leben wir eigentlich inzwischen hier, meine Damen und Herren? Wer mein Innenminister, der nicht mal auf die Idee kommt, dass er jemanden aufnehmen könnte und wir hören jetzt hier, dann schickt sie doch zurück nach Libyen. Nach Libyen? Meinen Sie das wirklich ernst? Dort, wo Menschen vergewaltigt und gefoltert werden, wo sie sagen, wir setzen alles und unser Leben aufs Spiel, weil wir es nicht mehr aushalten können. Das ist doch zynisch, meine Damen und Herren. Also das Ding ist halt, dass sich das irgendwie so anhört bei der Eckart, dass sie so sagt, also der Libyer, der kann gar nicht anders außer Foltern, um zu vergewaltigen. Er muss das so, der kann nicht anders. Ja, ich meine, das Schlimmste war natürlich, wenn die jetzt in Amerika kommen, weil da ist ja richtig übel, wie wir heute gelernt haben. Wisst ihr, und das mit dieser hier, wie man mit den Leuten, die aufs Meer rausgehen und ihr Leben riskieren, da jetzt umzugehen hat, ja, Australien als Beispiel, die haben damit auch Probleme gehabt, dann haben sie einfach aufgehört, die Boote anlegen zu lassen und das Zeug hat sich beruhigt. Ja, das Ding ist ja auch, du hast ja aus den ganzen umliegenden Ländern hast du Migration nach Libyen, die dann fünf Kilometer vor die Küste fahren und dann kommen Seenotretter, die die Leute dann fünf, sechshundert Kilometer weit nach Europa schifffern. Das ist halt so. Ich habe auch dann noch Artikel gelesen dazu, dass hier irgendwie Italien quasi ein Genozid beteiligt sei, weil sie ja die Leute nicht aufnehmen möchte. Das war aber schon vorher, also schon ein paar Monate vorher so gewesen, da war mal so ein Artikel, das war echt ekelhaft. Das war so, wenn ich einfach vor jemandem auf der Haustür stehe, so an der Haustür, so halt, ne, kleiner und ich klingel so, ne, und ich halte mir eine Knarre an den Kopf und sag so, wenn du mir jetzt nicht irgendwie all dein Geld gibst, drücke ich ab, ja. So, es geht um Menschlichkeit, gib mir doch alles, was du hast, so. Lass mich rein, ich bin jetzt dein neuer Nachbar, so. Ich bin jetzt dein Mitbewohner, ich bin jetzt der Käpt'n hier, ne. So, nee, nein, da rufst du die Polizei, da sorgst du dafür, dass Leute aufhören, so einen Scheiß vor deiner Haustür zu machen, ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin doch schon entsetzt, wie wir diese Empörungsdebatte hier frei von Fakten und auf der Grundlage von falschen Fakten führen. Ich werde gleich zum Thema Lifeline noch kommen, aber ich kann Ihnen Linken und Grünen nur mal empfehlen, machen Sie doch in Europa mal die Augen auf. Sie zitieren Horst Seehofer hierher, der Verantwortung übernommen hat für ein Flüchtlingsschiff, für das wir nicht zuständig sind. Und Ihre linken Helden, Ihre linken Helden, Macron in Frankreich, Zypras, Ihr Kumpel in Griechenland, was ist denn mit denen, mit der linken Regierung in Spanien? Von denen lässt keiner dieses Schiff einlaufen und Horst Seehofer kritisieren Sie, das ist das Allerletzte. Darf ich mal bitten, darf ich mal bitten, darf ich mal bitten, das ist eine sehr emotionale Debatte, aber ich bitte, ich hätte auf jeden Fall gerne so viel gehört, dass wir hier oben hören, was er am Tor sagt. Ich bitte, jetzt ihm zuzuhören. So, meine Damen und Herren, ich erläutere Ihnen das gleich mit dem Völkerrecht noch, dann können Sie das ja noch mal applizieren darauf, wie das mit Macron und allen anderen ist. So, aber wissen Sie, Sie haben aktuelle Stunde beantragt zum Thema Seenotrettung im Mittelmeer. Und anstelle dieser Empörung, die ich hier von Ihnen nur höre, hätte ich mir auch mal gewünscht, dass Sie sagen, einen herzlichen Dank und Anerkennung für unsere Soldaten in der Mission Sophia, in der Mission Sea Guardian, die Leben retten und das zu Zehntausenden. Das wäre mein guter Standpunkt vorweggeschickt gewesen. Aber ich habe den Eindruck, Sie wollen abstrakt über diese Debatte gar nicht reden, sondern Ihnen geht es hier einzig und allein um die Mission Lifeline. Und ich sage Ihnen jetzt mal eines, in der Rhetorik, die Sie hier wählen, Bedrohungslage, völkerrechtswidriges Verhalten von Italien und sonst was, dieses Schiff, dieses Schiff, Herr Brandt, das hätten Sie ja vielleicht mitbekommen können, dieses Schiff ist flaggenlos. Ein flaggenloses Schiff ist illegal. Und die Fake News, da kann ich nur mal sagen, unterhalten Sie sich vielleicht nicht nur mit Ihren NGO-Kumpels, sondern fragen Sie doch mal die niederländische Regierung. Die niederländische Regierung hat nämlich festgestellt, liebe Kollegen, das ist vielleicht mal gut zu wissen, dieses Schiff ist registriert in den Niederlanden, aber als Sportboot, ja, herzlichen Glückwunsch, die Flaggenführungsbefugnis wurde diesem Schiff entzogen. Es ist illegal, es ist ein flaggenloses Schiff und ein flaggenloses Schiff gehört beschlagnahmt. Das ist die Lage, die völkerrechtlich dazu zu sagen ist. Und natürlich, natürlich ist es so, dass es im allgemeinen Völkerrecht ein Nothafenrecht gibt. Und ich finde es einfach unverschämt, wie Sie unseren europäischen Partnern, Malta, Italien und anderen unterstellen, dass sie sich an diese Verpflichtung nicht gehalten hätten. Es war schlicht so, es war schlicht so, dass völkerrechtlich, und da kann ich Sie nur auffordern, das auch mal fachlich zu prüfen, völkerrechtlich lagen die Voraussetzungen dieses Notstandsrechts noch nicht vor. Jetzt haben wir dafür eine Lösung gefunden. Aber hier das auszutragen auf dem Rücken von italienischen und maltischen Regierungen, das ist, glaube ich, der absolut falsche Weg. Und ich sage Ihnen dann vor allem eines. Sie sollten vielleicht, und wir sollten diese Debatte auch mal ein Stück weit wegführen, nur von diesem konkreten Fall, und uns mal das große Ganze angucken. Das Grundproblem ist doch, dass wir, und das wollen Sie legitimieren mit solchen Aktionen, eine Migration haben über eine aufgedrängte Seenotrettung. Und das ist sicherlich alles andere als eine europäische Lösung. Und man muss das ganz klar sagen, schauen Sie sich das doch an, das Schiff Aquarius wieder so ein Fall in Valencia aufgenommen. Ich würde als Bürgermeister von Valencia auch sagen, wir sind weltoffen, wir nehmen die alle. Wenn ich wüsste, dass, weil die Binnenmigration nicht geregelt ist, ein Drittel von diesen Flüchtlingen ein paar Tage später statistisch in Deutschland ist. Und meine Damen und Herren, das ist doch das beste Beispiel dafür, dass wir genau das brauchen, was Horst Seehofer gesagt hat. Wir brauchen zur Begrenzung der Binnenmigration Steuerung und Begrenzung. Und damit man das erreichen kann, ich will Ihnen das noch mal sagen. Jeder Tote auf dem Mittelmeer ist für uns einer zu viel. Und deswegen finde ich es auch schlimm, Frau Kipping, wie Sie versucht haben, hier die Toten auf dem Mittelmeer zu instrumentalisieren, um ihre Willkommenspolitik durchzusetzen. Das ist nicht akzeptabel. Und ich sage Ihnen auch, wir müssen uns völlig klar werden, wenn es Ihnen wirklich um das Leben geht von diesen sogenannten Flüchtlingen, was im Übrigen zu klären, was im Übrigen zu klären ist, was im Übrigen zu klären ist. Das ist ein Rechtsstatus. Ich frage mich, ob jeder von denen anerkannt ist. Da gibt es ein Rechtsverfahren. Und wenn Sie das klären wollen, dann sollten wir das am besten in den Herkunftsländern tun. Wir stehen für die Lösung, deswegen europäische Hotspots zu machen. Das ist der richtige Weg. Und wir werden das Ganze ordnen und nicht diesem Chaos überlassen und diesen emotionalen Diskussionen. Das ist der falsche Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Philipp Amthor. Wir haben jetzt noch zwei. Hey. Hey, hat er gerade gesagt, Emotionen sind keine Meinung. Das finde ich toll. Das finde ich gut. Die Rede war echt klasse. So, danke dafür. Ja, das ist so. Das ist fast schon alter Stil, was er macht. Ich glaube, er hat viele, viele alte Politikvideos geguckt, um sich das rauszufassen. Wahrscheinlich. Vielleicht schaut er ja die Weltraum auf und man weiß es nicht. Das meine ich nicht, ey. Aber so. So alt nicht. Noch älter. Der klingt wie jemand aus den 80er, 90ern, so von der Art. Im Chat hat gerade jemand gemeint, Kinder mundtut, Wahrheit, Kunt. Fand ich gut. Ich fand das auch sehr interessant, wie der das erwähnt hat mit dem Flaggenrecht und solchen Sachen. Das sind halt so pekannte Details. Ich habe das jetzt nicht so ganz nachvollzogen, aber ich weiß nicht, ob das Dokument mit der Einschätzung, mit dem Seenortrecht gleich noch drankommt. Ja, das darf ich noch. Ja, die libysche Küstenwache hat gesagt, dass die Rettungsorganisationen dazu übergegangen sind, Flüchtlingen, die kein Geld haben, Geld zu geben, also den kriminellen Schleppern, dass die dann Flüchtlinge, die kein Geld haben, aufs Meer rausschleppen, die fünf bis zehn Kilometer, damit man sie dort dann abholen kann. Das ist eine neue Sache, die im Raum steht und dazu müssen halt noch Beweise geliefert werden. Die sprechen davon, dass sie Bankkonten und Gesprächsmetadaten haben, die das belegen haben, aber bisher noch nichts veröffentlicht. Außerdem hat Jan Böhmer, man habe ich gerade gesehen, irgendwie will jetzt Geld sammeln für diese Lifeline-Mission, damit sie sich einen Anwalt leisten können. Perfekt. Böhmi, bester Mann. Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, war da auch schon ordentlich Kohle drauf, über 25.000 Euro, als ich das letzte Mal geschaut habe. Ja, was war mit Herrn Tusk? Ja, das können wir uns, glaube ich, auch anhören. Das ist ja... Ja, das ist wieder das Euronews. Ich habe keine Ahnung, ob das nicht oberrechtlich geschützt ist. Hatten wir nicht eben auch schon Euronews? Ja, aber ohne Ton. Ja, aber gut, ich meine, im Endeffekt sagt er nur, es gab ja einen EU-Gipfel jetzt gerade und bei dem EU-Gipfel wurden halt bestimmte Sachen, unter anderem, es gab wohl einen Kompromissvorschlag von Bulgarien. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie Bulgarien persönlich steht, aber wahrscheinlich so in der Mitte zwischen Polen und Frankreich. Was war denn jetzt mit den Rettungsschiffen? Bitte? Dazu kommen wir nachher noch. Aber was war denn jetzt mit den Rettungsschiffen? Hier steht Tusk, war die Rettungsschiffen. Also die Rettungsschiffen, genau. Es wurde im Endeffekt gesagt, dass die NGOs sich nicht, also die NGOs müssen sich entweder den staatlichen Gesetzgebungen unterwerfen oder, und gleichzeitig muss halt mehr Geld an Frontex gegeben werden, dass die die Einsatz übernehmen, dass das eine staatliche Aufgabe ist. Ja, also der Tusk für, ich fand es interessant, dass der Tusk auch eher eine Hardliner-Linie fährt und der ist eher auf Seite von Italien, was den ganzen Konflikt angeht. Ja, das ist ja ein Dokument von der Bundesregierung, das ist eine Einschätzung, ja, zum Inhalt der völkerrechtlichen Verpflichtung zur Seenotrettung. Ja, unter anderem, das steht in einem anderen Dokument, das habe ich gerade gesehen, aber es ist egal, ob das ein normales Schiff ist oder ob das eine Sportboot-Lizenz ist, ich gehe einfach davon aus, dass halt diese ganzen Schiffe, um bestimmte andere Regularien zu umgehen, sich einfach eine Sportboot-Lizenz geholt haben, weil auch für Sportboote gilt halt diese Seenotrettungspflicht und die können sich darauf berufen. Das ist eigentlich nur zu dieser ganzen Flaggenangelegenheit. Das fand ich interessant, dass er so einen technischen Begriff dann doch in diese hitzige Rede eingeflochten hat. Ja, und des Weiteren geht es ja immer darum, es wird ja immer gesagt, wenn Leute gerettet werden, dann müssen sie in den nächstmöglichen Hafen verschifft werden. Und tatsächlich ist es so, dass es rechtlich nicht so interpretiert wird. Und zwar gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten dazu. Zum einen, im konkreten Fall ist es jetzt ja so, dass vor der Küste in den internationalen Gewässern vor Libyen die Leute aufgefischt werden und natürlich wären die nächsten Häfen dann an der libyschen Küste. Aber es wird ja gesagt, es muss ein sicherer Hafen sein. So, und deswegen können halt die Leute, die retten, argumentieren, das ist kein sicherer Hafen für die Leute und deswegen bringen wir die woanders hin. So, allerdings können die Häfen dann argumentieren, ja, aber sie sind doch an Bord von eurem Schiff. Ihr habt die aufgenommen und deswegen habt ihr jetzt die Verantwortung und sie sind quasi schon in Sicherheit auf eurem Schiff und deswegen müssen wir die Leute jetzt nicht annehmen. Darauf hat sich Italien ja beispielsweise berufen. Ja, dann hat Spanien angeboten, ja komm, hier kommt nach Valencia. Dann haben alle ihre Witze gemacht, so ja, Moment mal, hier einmal die Linie quer durchs Mittelmeer. Ja, aber es ist wohl halt rechtlich tatsächlich nicht so, dass es der nächste Hafen sein muss. Es muss der nächste sicherer Hafen sein und der Hafen darf sich halt verweigern mit dem Recht auf, ja, auf dem Schiff sind die Leute ja schon in Sicherheit. Ja, das könnt ihr euch nochmal durchlesen. Das ist auf vier Seiten zusammengefasst und natürlich ist das alles nur meine Interpretation. Ja, es ist übrigens sogar so, dass nach der Genfer Konvention im Kriegsfall, wenn du jetzt quasi ein Boot versenkst, dann bist du auch verpflichtet, die Leute, die quasi das überlebt haben, die musst du auch sehen und retten. Das ist nach den Genfer Konventionen so geregelt. Also selbst wenn das deine Feinde sind, darfst du dich einfach so ersorgen lassen. Sag das mal der Wilhelm Gustloff. Migrationskontrolle, EU rüstet Informationssysteme auf. Ja, es gibt ja verschiedene Informationssysteme in Europa, um Leute zu registrieren, die halt in diesem, ja, im Schengen-Raum sind und das Datenverfahren, da gibt es halt ganz viele verschiedene Systeme, die sollen einerseits vereinheitlicht werden und andererseits, ja, also sagen wir es mal so, es gab schon einige Leute, die gesagt haben, so ja, wie sieht denn das aus mit Datenschutz und Bürgerrechten und weiteren Rechten? Gelten die halt für Flüchtlinge genauso wie für beispielsweise für Bundesbürger oder EU-Bürger und so weiter und so fort? Dementsprechend bietet sich halt auch für, ja, für die Informationstechnologiebranche ein gewisses Fenster, gewisse Technologien, die so an der normalen Bevölkerung nicht ausprobiert werden können, an, in solchen Systemen halt quasi auszuprobieren. Sage ich jetzt mal ganz böse. Und da wurde jetzt halt, ja, da wurden jetzt halt bestimmte verschiedene Programme aufgelegt. Insgesamt sind das mehrere hundert Millionen Euro, die jetzt halt in verschiedene Technologieprojekte fließen werden. Die sogenannte Interoperabilitätslösung, ja, ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Englisch heißt, aber es soll eine sogenannte virtuelle Grenze gezogen werden, dass halt alle Leute irgendwie digital erfasst werden, die sich in Europa aufhalten. Das würde die Bürger betreffen und eben, dass halt dadurch dann auch auffällt, wenn Leute sich irgendwo aufhalten, die nicht registriert wurden und wenn halt Leute die Grenze überschreiten. Was sehr orwellisch klingt und mit ein paar hundert Millionen wird man so ein System nicht aufbauen können, aber es werden halt die Grundlagen dafür geschaffen. Ja, ziemlich orwellisch das Ganze, ja. Das war, glaube ich, ein Artikel von Marmon, der jetzt nicht mehr da ist. Ja, aber es geht hier halt um ein Papier von einem ehemaligen Verfassungsrichter, wie der Titel schon sagt. Und sagt halt eben, dass, ja, man de facto halt Leute, die in einem anderen Land schon, ja, Datei sind, wo das Verfahren schon läuft, dass man die halt eben nicht noch nach Deutschland lassen sollte für alles nochmal von vorne oder so. Und das wird zwingend geboten bei dem. Nun, also ich meine, es gibt die Gesetze und die Gesetze, die werden halt vom Gesetzgeber gemacht und dafür gibt es die Politik, dass die Gesetze verändert werden können, wenn sie nicht gefallen, aber sie einfach nicht einzuhalten, ist halt schwierig. Ja, aber guck dir doch mal die Bilder mit den traurigen Augen an von den Menschen, da ist es doch mit Gesetz nicht mehr weit hin. Der Tsipras-Merkel-Deal. Ja. Gut. Ja, gehen wir mal zu Griechenland. Ich meine, Griechenland ist generell in einer ziemlich aussichtslosen Situation. Da hat sich auch seit der ganzen Griechenland-Rettungssache nicht großartig verändert. Sehr schade. Die Leute haben auch mehr oder weniger das Vertrauen verloren in die linke Regierung, die ja noch irgendwie, von dem man ja noch die Hoffnung hatte, dass sie so ein paar Sachen abwenden können. Aber der Tsipras, der macht halt mittlerweile auch, ja, der ist halt, ist nicht mehr der Hoffnungsträger, sagen wir es einfach mal so. Ja, und im Endeffekt werden jetzt die griechischen Auffanglager, wo die Flüchtlinge sind, das sind, glaube ich, die gleichen Lager, wo während der Finanzkrise die Wärter, weil sie nicht mehr bezahlt wurden, aufgehört haben zu arbeiten. Und dann sind alle Flüchtlinge aus den Lagern abgehauen. Kleiner Nebensatz. Aber diese Lager, die werden jetzt halt wieder mit EU-Fördermitteln auch wieder instand gesetzt und Griechenland kriegt halt Fördermittel und das wird innenpolitisch von Tsipras halt durch eine Mehrwertsteuerreduzierung innenpolitisch verkauft für besonders betroffene Regionen, insbesondere die Inselgebiete. Ja, also es ist ein ziemliches Geschachere und ich weiß einfach auch nicht, wie das funktionieren soll, weil es gibt ja immer noch dieses stehende Urteil, dass wenn ein Flüchtling in Griechenland registriert wurde und in einem anderen europäischen Land aufgegriffen wurde, der nach dem Dublin-Verfahren nicht nach Griechenland zurücküberwiesen werden darf, weil halt, ja, weil halt da mal eine Untersuchung gemacht wurde und halt festgestellt wurde, die Bedingungen sind nicht gut genug für halt Flüchtlinge, dass sie da vom Staat aufbewahrt werden können. Da ist noch keine neue Untersuchung gemacht worden und bis diese neue Untersuchung zum Schluss kommt, dass die Bedingungen besser sind, was wahrscheinlich auch durch dieses Programm hier erstmal die Grundlagen dafür geschaffen werden sollen. Bis dahin dürfen gar keine Flüchtlinge nach Griechenland abgeschoben werden dürfen. Also ist dieser ganze Deal eigentlich, ja, Politik halt, ne, ja. Generalsekretariat des Rates an die Delegationen, Tagen des Europäischen Rates, Schlussfolgerung. Hatte ich das eingereicht? Nee, ich glaube, es hat eben eingereicht, aber ich hatte es schnell nochmal gelesen, auch vor der Sendung. Also es sind irgendwie so diese Beschlussfindungen von diesem Krisentreffen des Rates praktisch, unter anderem zur Migration. Du kannst ja mal ein bisschen runterscrollen, das kommt, glaube ich, als erstes Thema. Aber das sind alles, also wie sich Merkel hinstellen kann und die Ergebnisse von dem ganzen Ding hier als Fortschritt und als irgendwie ein Ersatz für nationale Alleingänge darstellen kann, ist mir halt völlig schleierhaft nach der Lektüre. Also es wird erstmal natürlich gefeiert, dass die Grenzübertritte sich gegenüber dem Höhepunkt im Oktober 2015 um 95 Prozent verringert haben. Auch wenn seit kurzem ein Anstieg zu bemerken ist, sind wir natürlich alle super. Der Europäische Rat ist entschlossen, diese Politik fortzusetzen und zu verstärken, um eine Wiederholung der unkontrollierten Migrationsbewegungen zu verhindern und die illegale Migration über alle bestehenden neuen Routen weiter einzudämmen. Das ist wachsweich, da steht genau gar nichts drin. Und so geht das auch weiter, wenn du mal scrollst. Also es ist speziell im Hinblick auf die zentrale Mittelmeerroute sollten Maßnahmen, also es sind überall Wieselwörter drin in diesem ganzen Ding. Genau, das ist im Endeffekt dieser Kompromissvorschlag, den Bulgarien eingereicht hat. Und das ist alles total wischiwaschi, es sind ein, zwei konkrete Sachen drin, unter anderem werden 500 Millionen Euro Einlagefazilitäten für die Türkei zur Verfügung gestellt, für zusätzliche Förderprogramme. Und ansonsten wird gesagt, so ja, im Oktober wird weiteres beschlossen. Die humanitäre, freiwillige Rückkehr, Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern, freiwillige Neuansiedlung. Das sind alles so, das merken die eigentlich noch, dass sie im Endeffekt nur noch Füllwörter aneinander reiten, oder ist ihnen das nicht klar? Also das ändert ja überhaupt gar nichts an der Lage, wenn ich sage, ja, wir haben heere Absichten. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch einige da freiwillig zustimmen, eventuell. Mal gucken. Und das verkauft man uns dann als großen Durchbruch mit Leuten, die das irgendwie angeblich unterschrieben haben, wo jetzt ein Land nach dem anderen sagt, nee, wir haben überhaupt nichts unterschrieben. Also ich, warum ist diese Frau gleich noch Bundeskanzlerin? Also eine andere Sache, die hier noch angesprochen wird, ist, dass halt noch weitere flexible Finanzierungsrahmen für den UNHCR und den IOM zur Verfügung gestellt werden. Das ist das Flüchtlingshilfwerk von der UN. Und ja, die, das finde ich auch noch interessant, weil der Chef von IOM sollte ja eigentlich ein Amerikaner werden, aber der ist gerade abgelehnt worden. Jetzt ist es, glaube ich, ein Portugiese geworden. Aber das war so ein christlich-Anglikaner und deswegen habe ich mir gedacht, fand der Christ das auch interessant, dass der abgelehnt wurde, weil der ein Anglikaner ist. Das war auch der Grund, warum abgelehnt wurde. Ja, es geht dann auch noch um Militärstrategien und Ähnliches im Weiteren des Papiers. Aber eigentlich ist das mit der Migration ja das, worum es geht. Aber wie gesagt, es wird nicht besser. Also Bedarf ist einer Partnerschaft mit Afrika, Verantwortung, ja, das ist jetzt Sicherheit und Verteidigung dann. Und im Oktober machen wir eine weitere Tagung und dann sprechen wir wieder darüber. Ja, aber was ja auch in dem Papier steht, ist und zwar, dass halt Planungen verfolgt werden sollen von diesen Flüchtlingszentren, die zu bauen. Ja, also dass halt diese Lösung eher verfolgt werden soll als ein dezentraler Ansatz, sage ich mal ganz vorsichtig. Manche sprechen ja von Lagern, aber ich meine, in Griechenland gibt es auch Lager und Lager können halt auch unterschiedlich aussehen. Und ich fand das hier interessant, ein Interview bei Deutschlandfunk, ein AfDler zu diesem Kompromissvorschlag und der war relativ happy. Das Bild ist wie das Interview, der fand diesen ganzen Kompromissvorschlag eigentlich super. so, was an sich halt schon bemerkenswert ist. Ich denke mal, das sagt auch einiges über den Kompromissvorschlag aus, ohne dem Herrn hier nach zu nahe treten zu wollen. Er hat sich auch zurückhaltend ausgedrückt, finde ich. Wir müssen auch ein, zwei Aussagen. Die AfDler neigen ja manchmal einfach zu überzogenen Reden. Ich finde diese Aussage, man könne Menschen etwa aus Afrika nach Europa holen, sie hier gut ausbilden und arbeiten lassen und sie dann wieder in ihre Heimat zurückschicken, ganz schön bemerkenswert für einen AfD-Politiker. Also wie gesagt, der fand das ja alles gut, der meint so, ja, das ist ein Kompromiss, auf den wir uns einigen können. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich das auch überlesen, worauf der E-Politiker anspielt, jetzt wo du das sagst. Ist das nicht genau das Gleiche, was wir eigentlich schon mal hatten mit diesem Jahr? Die Leute kommen mal kurz und lernen ein bisschen was und arbeiten ein bisschen hier. Oder gehen sie wieder? Ich meine, der ganze Ansatz bei Flüchtlingen ist ja, dass die in einer Fluchtsituation sind, die theoretisch vorübergehend ist und in der Zwischenzeit muss man die ja irgendwie befähigen, irgendwas machen zu können. Ja, aber das ist ja jetzt schon ein ganz anderer Ansatz, dass man halt Leute absichtlich holt, um sie auszubilden und ihr arbeiten zu lassen. Ja, eben, ja. Also ich glaube nicht, dass... Um ihr Länder aufzubauen. Also überleg mal, du verbrügelst da deinen Feuerwehrmann und dann musst du plötzlich flüchten. Weißt du, und dann kommst du hierher, hast du eine Ausbildung, kommst zurück und dann kannst du Unternehmen gründen. Hast du einen Ausbilder als Feuerwehrmann? Ja, aber nee, generell ist das ja auch kein schlechter Ansatz. Ich meine, das ist ja im Endeffekt auch nicht großartig anders, wie wenn irgendwelche Leute hier nach Deutschland kommen, zu studieren und dann wieder in ihre Länder gehen und dort arbeiten. Ja, das ist jetzt kein guter Vergleich, aber ich meine, warum nicht? Also ich finde es nicht gut, Feuerwehrleute zu verbrügeln. Ja, die können auch herkommen und hier arbeiten und hier Leben verstalten, aber warum sollen sie da auch nicht wieder zurückgehen dürfen? Ich meine, die sollen sich halt frei entscheiden. Sie sollen es halt nur auf dem legalen Weg machen. Dafür gibt es die Gesetze halt. Zigarettenabsatz steigt wieder. Wenn wir hier etwas weiter runterscrollen, dann sehen wir, wie viele Zigaretten in Milliardenstück in Deutschland geraucht werden. Und zwar sehen wir hier, dass es stetig zurückgeht. Ja, es ist 2015 ein bisschen wieder hochgegangen, aber an sich hat man einen klaren Trend, den man erkennen kann, dass es nach unten geht mit dem Rauchen an sich. Und dann im Artikel drauf fordert die Drogenbeauftragte, dass es jetzt ein Totalverkaufs-, Erwerbeverbot für Zigaretten geben soll. Und ich finde es immer ganz lustig, dass oftmals, das ist so, wenn neue Gesetze durchgeboxt werden, dass sich bereits ein Trend in der Gesellschaft abzeichnet, der dann von einem Gesetz nochmal untermauert wird, der wahrscheinlich aber, also das Gesetz wird dann aber am Ende wahrscheinlich eh nicht wirklich gebraucht werden. Das ist ähnlich wie mit der EU, wo sie sich toll befeiert haben, dass sie die Mobilfunkpreise im Ausland jetzt vereinheitlicht haben und man schon vorher einen Trend in die Richtung feststellen konnte, dass sich so in der Gesellschaft ereignet hat. Und genauso haben wir es hier, Zigarettenabsatz geht runter und runter. Und jetzt fordert man ein komplettes Werbeverbot, auch von Vaping-Equipment. Und ich denke mir so, ja, super. Dann könnt ihr euch danach hinstellen, einen gesellschaftlichen Trend, der sowieso vorliegt, als großen Erfolg verkaufen. Und so tun, als hättet ihr irgendwas erreicht. Ja, Zigaretten sind ein guter Steuereinnahmequelle. Steueranteil ist, weiß nicht, ist das Weiße, der Steueranteil? Ja. Von dieser Grafik. Und ich muss auch sagen, ich kann die Grafik wegen ihrer Farbgebung nicht ernst nehmen. Ja, also Farben sind sie nicht frei genug. Aber das mit der Steuer, ja, das ist ja so ein Ding, da können wir uns auf jeden Fall gut drüber streiten, ob das nicht in anderen Fällen dann wieder so viel Kosten produziert, sich das alles wieder negiert oder so. Aber das lässt sich halt schwer feststellen. Da gab es mal eine große niederländische Untersuchung dazu, dass Rauchen negativ ist im Endeffekt für den Steuerzahler und aber das Fettleibigkeit nicht positiv hat, dadurch, dass man weniger Rentenbezüge bekommt. Aber die müsste ich rauskramen, die Studie. Deutschland schwimmt im Geld und verschläft seine Zukunft. In einem Artikel wird aufgeführt, wie viele Staatsschulden wir haben, wie gut wir dabei sind, diese abzubauen, wenn wir etwas runterskreuzen, wenn wir eine hübsche Grafik. Und man zeigt gleichzeitig auf, dass wir halt an vielen Ecken und Enden in Sachen Infrastruktur nichts machen. Internet ist gammelig langsam in Deutschland und allgemein herrscht überall bei Infrastruktur so ein bisschen Investitionsstau. Und zwar ist es klug, hier Staatsschulden abzubauen, weil wir ja auch einen demografischen Wandel haben und das in der Zukunft relativ gut sein wird, wenn wir weniger Staatsschulden haben. Allerdings kann man sich halt auch seine eigene Zukunft verbauen, wenn man nicht mehr in Infrastruktur investiert. Und gerade als so ein Hochtechnologieland wie Deutschland, was davon ja eigentlich lebt. Sägt dann auf dem Ast, auf dem man sitzt. Ja, das war auch eine super Nummer. Ja, da haben sie Greenpeace in Berlin einen Haufen Farbe ausgebracht, der aber halt, also die Farbe darf laut dem Sicherheitsdatenblatt nicht in die Gewässer gelangen. Und jetzt wird ermittelt gegenüber Greenpeace, weil die, also mit der Aktion wollten sie auf den Klimawandel aufmerksam machen. Und ja, das ist nach hinten losgegangen. Es sollte eine gelbe Sonne werden, die von der Siegessäule ausstrahlt. Das mit dem Gewässerschutz ist insofern halt interessant, dass die Drainage von dem Gebiet hier halt direkt in die Spree geht, ohne irgendwie Aufbereitung oder ähnliches. Außerdem ist mindestens eine Person gestürzt, es gab leichte Blechschäden, Leute haben sich Klamotten, Fahrräder, Autos, was auch immer versaut. Haben die da nicht auch mal irgendwo in Argentinien oder in Mexiko, wo so von frühen Menschen so riesige Figuren in die Wüste gezeichnet worden sind, haben die da nicht auch mal eine Message daneben geschrieben, wo es dann auch einen riesen Eklat gab, dass sie halt diese antike Städte halt viele Spuren hinterlassen haben und die beschädigt haben? Ja, Greenpeace halt. Öko-Marxist. Oh ja, du hast recht, die haben die Nazca-Linien beschädigt. Genau. Also in Peru. Peru war es. Weil sie da irgendeinen Scheißdreck, dann ist es doch nicht zu glauben, auch mit dieser drecksgelben Farbe. Ach, ja, super. Super Nummer. Ja, hier wird kritisiert, dass, ja, die sowohl Uploadfilter als auch Leistungsschutzrecht eigentlich im Koalitionsvertrag abgelehnt wurden. In Anführungszeichen auf Anraten der SPD, wie auch immer, das zustande gekommen ist und jetzt wird hier halt kritisiert, dass alle Unionspolitiker sich darüber hinwegsetzen würden und dass ganz im Gegenteil sogar manche Unionspolitiker über Ländergrenzen hinweg mit anderen sich koordinieren würden, um halt diese Dinger durchzubringen. Es wurde ja vorher auch schon von der Julia Reda, von der einen Europaabgeordneten, kritisiert, dass von Deutschland sehr stark Druck ausgeübt wurde, auf verschiedene Abgeordnete, dem zuzustimmen. Und das geht halt nochmal darum. Und gut, dass der Horst Seehofer halt mehr Befugnisse will, insbesondere für die Polizei, das hatten wir ja auch schon mal als Thema. Überrascht nicht, dass die das nicht tun, was im Koalitionsvertrag steht. Ja. Ich weiß ja nicht. Habt ihr da noch, es gibt ja jetzt einige österreichische Politiker, die dann doch sich von der Kampagne oder von Argumenten oder von was auch immer haben überzeugen lassen, doch nochmal eine Revision zu verlangen? Also der Vorschlag ist ja jetzt, der Prozess, den hatten wir ja schon mal geklärt. Der Vorschlag ist jetzt da und der muss jetzt halt noch angepasst werden, bevor er durchkommt. Also der Vorschlag kommt so oder so, es müssen ihm halt nur die Zähne gezogen werden, in Anführungszeichen. Und dafür braucht man halt diese Revision. Und ja, da ist jetzt gerade in Österreich ein bisschen Bewegung reingekommen und vielleicht gibt es da halt eine Mehrheit für. Müssen wir abwarten, was da passiert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe ja eh davon aus, selbst wenn es kommt, dass es hinterher nochmal geändert werden muss, weil es einfach handwerklich doch nicht so ganz das macht, was es machen soll. Selbst die Befürworter sehen das halt irgendwie falsch. Und den Brief vom Axel Voss hatten wir ja letzte Woche beispielsweise. Der weiß zwar, wovon er redet, aber bestimmte Sachen schätzt er trotzdem falsch ein, dass er ihm selber wieder auf die Füße fallen könnte. Politisch gesehen, glaube ich. Aber mal gucken. Vielleicht lohnt sich was. Und wenn ihr Engagement zeigen wollt dagegen, dann könnt ihr ja auch nochmal versuchen, Europaabgeordnete zu schreiben. Die Liste findet ihr hier im Dokument nochmal verlinkt. Und ja, tut, was ihr für richtig haltet. Also jetzt gerade gab es wieder mal einen Ticker bei der Tagesschau. Söder wohl für Kompromiss, aber gegen Kapitulation. Sieht also doch nach Einknicken aus gerade. Gut, es wäre nicht die CSU, wenn sie nicht dauernd einknicken würde. Tja, Kalifornien. In Kalifornien geht es halt auch um das Thema Datenschutz. Und zwar gab es einen Volksentscheid. Und die benötigten 600.000 Leute haben unterschrieben. Das heißt, es muss jetzt halt mehr oder weniger auf politischer Ebene verhandelt werden. Oftmals ist es in Kalifornien so, dass die Politiker, die halt die Gesetze machen, quasi solche Volksbegehren mit begleiten und mit initiieren. Und dann halt, ja, die halt auch in der Regel auch gesetzt werden dann. Und ja, die DSGVO wird ja als Beispiel dafür genannt. Es soll in ähnlicher Härte ungefähr sein. Aber wie man Amerika kennt, wird es wahrscheinlich nicht so ganz so hart sein. Es soll halt nur eine Antwort darauf sein. Ja, und die üblichen Verdächtigen wie Facebook und sowas haben ja auch schon sich an die europäische Datenschutzverordnung angepasst. Und haben ja schon im Vorfeld gesagt, wir werden bestimmte Elemente der Datenschutzverordnung auch weltweit umsetzen. Nicht nur in Europa, aber natürlich nicht alle. Und es ist noch nicht so ganz klar, wie der Leistungskatalog sein wird im Vergleich zu DSGVO. Aber ich gehe mal davon aus, dass Facebook da vielleicht ein paar Vorabinformationen hat. Und wer weiß, ob es da eine Schnittmenge gibt zu dem, was sie in Anführungszeichen freiwillig eingeführt haben. Naja, eine Vermutung von mir. Ja, und auf die DSGVO folgt die EPVO. Das ist die E-Privacy-Verordnung. Und ja, das nur mal als kleiner Blick in die Zukunft. Es geht halt das Gleiche, was wir mit der DSGVO hatten. Wird nochmal kommen. Nicht mehr in der Form, weil halt die meisten, das Schlimmste an der DSGVO war ja, dass viele Bereiche sich an diese Vorschrift halten mussten, die es vorher nicht mussten. Und die E-Privacy-Verordnung wird die Vorschriften einfach nur nochmal ein bisschen strenger schneiden. Aber es geht immer weiter. Weiter, immer weiter, wir hören niemals auf. Genau, vorwärts immer, rückwärts immer. Ja, soweit ich das verstanden habe, geht's... Tracking-Geschichten und Cookies und so ein Kram. Was ich aber auch super interessant finde, ist, warum bietet Telepolis Bio-Espresso zum 200. Jahrestag von Karl Marx an? Erst Telepolis. Das fällt ja jetzt erst auf, also ich habe das schon in den letzten Wochen zigmal da gelesen und mich schon gefragt, warum keiner was dazu sagt. Weil das ist eigentlich immer eingeblendet. Viele waren noch von der Handpuppe völlig derangiert wahrscheinlich, von der Marx-Handpuppe von vor ein paar Folgen. Ja, Abmann will nach Urteil des Berliner Landgerichts wie Experten die Situation für das Influencer-Marketing einschätzen. Ja, also das... Also hier geht es im Endeffekt um Leute, die halt Werbung einblenden. Und es geht im Endeffekt um zwei Maximalszenarien. Das eine ist, du machst halt Schleichwerbung, ja, du trägst zum Beispiel einen Pulli mit Puma drauf oder was auch immer, Hirschquelle, ja, und du wirst im Hintergrund von denen dafür bezahlt, dass du das trägst und sagst es aber nicht. Blendest nicht ein hier, ich mache hier gerade Werbung für Hirschquelle. Ja, das andere Extrem ist, du trägst einen Hirschquelle-Pulli und dann sieht Hirschquelle das und sagt, hier, aber mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ja, und die sind jetzt mit uns assoziiert und deswegen verklagen wir euch jetzt halt, weil wir nicht mit euch assoziiert sein sollen. Das ist so quasi das Spannungsfeld, in dem diese Thematik hier passiert, weil halt verschiedene Models halt und andere YouTuber und Instagram-Leute halt, ja, Produkte in die Kamera halten oder halt einfach nur Klamotten anhaben, wo Logos drauf sind. Oder halt, ja, so Affiliate-Links unter ihren Dingern haben oder sowas, ja, und das wird halt, es ist halt die Frage, was als Werbung deklariert werden muss und was nicht. Und die Umgehungsmöglichkeit einfach alles als Werbung zu deklarieren, geht aus den Gründen, die ich vorhin als zweites Szenario genannt habe, nicht. Das ist die Problematik, wenn man halt Geld verdient mit der Online-Tätigkeit. Ich weiß nicht, was ist denn eure Meinung dazu? Wir monetarisieren ja nichts und unsere Sponsoren weisen wir auch immer aus, die nicht existierenden. Das ist die Peking-Moskau-Achse, die uns finanzieren. Lmao und Lmv sind unsere Verbindungsorientierer. Ja. Nee, aber ich weiß gar nicht, könnte uns das betreffen, obwohl wir nicht monetarisieren? Also könnte Hirschquelle zum Beispiel sagen, die Affen sagen immer Hirschquelle und wir wollen das nicht und verklagen die jetzt? Darauf warte ich noch. Da müssen sie uns erstmal darauf hinweisen und erst wenn wir danach das machen würden, hätte es Konsequenzen. Dabei trinke ich dir doch nur wegen dem guten Uran. Ja. Ja, das ist ja, den Artikel haben wir ja schon mehrmals verlinkt. Wir geben ja nur die Nachrichten wieder. Und wir gehen ja trotzdem immer noch in den Wald und finden es gut. Geplündertes Griechenland. Ach was. Ja, bis 2060 ist finanziell gesehen für die Griechen die Faktenlage so, dass der Staat ein Plus erwirtschaften muss, damit er von seinem Schuldenberg runterkommt, was halt rein rechnerisch etwas utopisch aussieht, weil die deutsche Regierung möchte vehement das Wort Schuldenschnitt verhindern und man geht davon aus, dass letztes Jahr 55.000 Menschen an Folgen von unbehandelten Krankheiten gestorben sind, die wegen halt Ausfall von Krankenversicherungen und das nicht mehr leisten können, von Medikamenten zustande gekommen sind. Und generell ist die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch und sehr viele Griechen haben das Land schon verlassen. Und an sich will man jetzt die Finanzkrise als überwunden erklären, aber irgendwie kommt es noch nicht so ganz bei den Griechen selber an. An sich war es ja auch nur eine Grieche von großteils deutschen und französischen Banken, die halt 2010, dann zwei Jahre nach der Subprime-Crisis nicht schon wieder ins Banken hätten kommen sollen und man hat deswegen Griechenland geholfen. Also bei denen ist ja nichts angekommen. Und ja, der Artikel geht da ein bisschen drauf ein. Ja. Ja, es ist wirklich eigentlich auch eine Schande. Also diese tolle Nummer mit Griechenland ist jetzt gerettet und Zypras zieht den Schlips an, bedeutet im Endeffekt, dass sie davon ausgehen, dass Griechenland, ich weiß nicht mehr für wie viele Jahre die das, ich glaube, es könnte sein, dass das bis 2060 auch einen ausgeglichenen Haushalt fährt. Das heißt, es darf keinen Cent mehr investiert werden, als reingekommen ist. Und da ist Schuldendienst noch gar nicht abgezogen. Also man verhindert auch, dass Griechenland durch Investitionen wieder auf die Füße kommen könnte. Nun, das, was ich vorhin erwähnt hatte, auch mit der Mehrwertsteuerreduzierung für die Krisengebiete, die Zypras jetzt quasi als Geschenk seinem Volk verkauft, diese Steuern sind im Zuge der Krise erst eingeführt worden. Ja, und man muss sich halt auch vergegenwärtigen, dass so die Verdienste bei 500, 600 Euro liegen für eine Vollzeitstelle und man aber bei den Lebensmittelpreisen unsere ansetzen kann. Also das muss man einfach auch mal, wenn von Armut in Griechenland die Rede ist, und da ist das, ich weiß nicht, wie das da mit Tafeln ist, aber ich wette, es gibt auch schon solche Organisationen, ich sag dir, die haben mehr zu tun als bei uns. Zombie Knives causing rising and stabbing deaths in UK. Ja, Zombie Knives, das Thema, das habe ich schon öfters mal durch die Nachrichten spuken sehen, aber jetzt gibt es endlich mal einen Politiker, der das Ding auch wirklich in die Kamera hält. Allein das Bild sagt, glaube ich, ziemlich viel aus. Es gibt im Moment halt in England ein Problem mit Messern und ich meine nicht, dass die Polizei halt Leute untersucht und wenn die ein Buttermesser dabei haben, das halt schon auf Twitter postet, hey, wir kämpfen gegen die Kriminalität, was sehr seltsam ist, wer das mitbekommen hat, also naja. Aber es gibt halt wirklich Leute, die mit solchen Dingern durch die Gegend laufen und sich gegenseitig mit solchen Dingern angreifen. Und da ist natürlich das große Problem, wenn du mit so einem Ding angegriffen wirst, dann ist das nicht mehr so eine typische Messerwunde, wie es halt vor ein paar Jahren noch war, wie die Polizei hier in dem Artikel beispielsweise sagt, sondern ja, da ist halt die Wiederbelebung und die medizinischen Operationen und alles etwas komplizierter. Und ganz nebenbei, dass es halt auch sehr brutal und grausam ist. Und ja, da wollte ich nur mal darauf hinweisen, dass das halt... Dann fragt man sich doch als erstes, warum wird so ein Dreck überhaupt verkauft? Wo kommt das her? Ja, also die haben schon versucht, diesen Verkauf davon einzuschränken. Ja, äh... Und... Ja, das... Naja, was soll man sagen? Also, dass halt sehr viele Messerangriffe in England und insbesondere in London sind, das ist ja durch die Nachrichten immer wieder gegangen. Aber was halt das Besondere daran ist, dass halt sehr viele von denen halt mit Macheten oder mit solchen Dingern begangen werden und nicht nur mit normalen Messern. Und deswegen halt die Verwundungen viel signifikanter sind und halt auch mehr Leute da dann auch sterben. Ja, und wie gesagt, es ist halt länger und das Bild spricht, glaube ich, für sich. Francis Macron brings back national service. Ja, Emmanuel Macron wird im Endeffekt einen Zivildienst nach deutschem Vorbild einführen, sage ich jetzt mal. Ja, also, es ist nicht so explizit ausgedrückt, aber Macron hat ja schon gesagt, dass er die französische Wirtschaft der deutschen Wirtschaft anpassen will und unter anderem halt durchs Bildungssektor und im Ausbildungssektor, dass er halt sowas wie die duale Berufsausbildung in Frankreich einführen will und er möchte jetzt halt einen Zivildienst einführen. Ursprünglich wollte er, dass alle Franzosen ein Jahr Militärdienst machen, weil er ist ja ein Hardliner. Ja, ja. Aber im Endeffekt führt er jetzt einen Zivildienst ein, dass jeder ein Jahr Zivildienst machen muss und danach, glaube ich, ein Jahr oder ein paar Monate zum Militär oder die gleiche Zeit halt weiter im Zivildienst. Finde ich interessant. Ja, der Macron, der Humanist, der Wohltäter, die engelsgleiche Gestalt der europäischen Politik. So wurde der Macron ganz unironisch in heute Nachrichten gesagt. Die engelsgleiche Gestalt der europäischen Politik. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Hier steht ein Monat und nicht ein Jahr. Ach ja, dann habe ich das gerade verwechselt. Tut mir leid. Oh, einmal mit Profis. Ja, ich habe es gerade auch nur aus dem Gedächtnis rezitiert. Ich hatte noch einen anderen Artikel auch im Hinterkopf, wo es halt um das Ausbildungssystem ging. Dann habe ich das wahrscheinlich damit durcheinander gewirbelt. Den habe ich aber nicht eingereicht, weil es ja so viele Links waren. Zehn Leute wurden verhaftet wegen einem Right-Wing-Terror-Plot, also einem Anschlag von Rechtsradikalen. Die Idee war, Muslimas mit Hijab auf der Straße als Angriffsziel zu nehmen und Moscheen, die mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden. Und die Leute wurden jetzt verhaftet. Die hatten auch eine Internetseite und die haben Videos hochgeladen, wie sie selbstgemachte Handgranaten zu Explosionen bringen. Und hatten einen Haufen Waffen zu Hause. Das ist auf jeden Fall eine der dümmsten Ideen, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Also wenn die das echt machen würden, vor allen Dingen mit den Kopftuch-Heinis. Ja. Das wäre eine Stallvorlage für jeden, der immer meint irgendwie von wegen bla 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 Islamophobie und ein Wort führt zu Gewalt und dieses ganze Zeug. Weil wenn die echt so ein Beispiel hätten von irgendwelchen Rechten, die da schon meinen, dass das irgendwie Gewalt rechtfertigt, wenn die Leute sich Kopftuch aufsetzen, was ich auch vollkommen blem blem finde. Aber wenn die echt meinen, dass das schon reicht für Gewalt, also dann, da ist auf jeden Fall eine Grenze überschritten. Du kannst halt auch nicht einfach random Kopftuchträgerin als Ziel nehmen. Das ist halt auch behindert einfach. Ja, was das vor allen Dingen halt für eine Vorlage wäre, für die ganzen Aktivisten, die geiern da nur drauf. Das ist das Beste, was gewissen Leuten passieren könnte, von der radikalen Linken jetzt. Also das Opferfest, das wäre groß. Ja, und hier nach einem Bericht, also es sind zwei Berichte erschienen, wonach der britische Auslandsgeheimdienst, was der MI6 ist, weil wo ihm nachgewiesen wird, dass er relativ früh von der Folter wusste und auch selber in, was waren es, 25 oder 28 Fällen, er darum gebeten hat, Leute mit Folter zu verhören in der Post-9-11-Zeit. Und ja, der MI6 wusste Bescheid und die können die Reporter nicht länger zurückhalten und das kommt jetzt halt auch ins Tageslicht. Und die Washington Post hat einen Artikel von unbekannten Quellen über Spekulationen von einem Truppenrückzug von den USA aus Deutschland veröffentlicht und das Außenministerium hat es dementiert. Bald ist der NATO-Gipfel in Hovers in Brüssel. Und ja, das könnte man Fake News nennen, wenn es dann nachher nicht wahr ist. Also man hat halt das unbekannte Quellengerichte irgendwie gestreut. Das ist aber auch so ein bisschen Captain Hindsight, weil der Großteil der Amis ist doch schon Ende der 90er und durch die 90er hindurch abgezogen. Also jetzt die paar, die noch da sind, sind jetzt auch nicht mehr der große Faktor, finde ich. Ja, wobei ja zum Teil schon auch Aktionen jetzt im Jemen und auch in Afghanistan, die werden ja über Deutschland versorgt. Also so logistisch, logistisch mäßig ist das schon wichtig. Für das Imperium der USA. Hey Leute, ich werde mich gleich mal ausklinken. Ich wollte nur ganz kurz, bevor ich gehe, noch Chris drum bitten, mal auf latimes.com zu gehen. Falls ihr nicht wisst, was da, warum, dann seht ihr das. Okay, einfach auf latimes.com. Ich weiß nicht, warum, dass sie gesperrt ist wegen dem DSGVO-Ding. Ja, da haben wir schon zigmal drüber geredet. Danke auch. Absolut. Okay, gut, ja, habe ich nicht mitbekommen. Gut, okay, super. Dann ist er jetzt hier mit Profis, also kann ich auch gehen. Ciao, Leben. Schönen Abend trotzdem. Danke euch auch. Tschüss, Chad. Tschüss. Australien verabschiedet Gesetze gegen ausländische Einmischung und Beeinflussung. Ja, letzte Woche schon mal kurz Australien angesprochen und hier geht es tatsächlich auch um China wieder, weil, ja, ich habe es ja schon gesagt, Australien sieht sich halt durch China eingekesselt und da die Politik hat da jetzt ziemlich harsche Anti-Spionage-Gesetze erlassen, die teilweise auf sehr viel Widerstand gestoßen haben, vor allem natürlich von chinesischen Diplomaten, weil die sich verdächtig fühlen. Naja, es wird halt im Vergleich zu The Red Scare, McCarthy und sowas gezogen, was ich schon für überzogen halte. McCarthy did nothing wrong. Not all heroes wear capes. Ja, ja, ich lese mal kurz vor als Beispiel für eine fahrlässige Einmischung, das weit herbeigeholt zu sein scheint, wird aufgeführt, dass eine Person verdeckt für eine ausländische Regierung handelt, um Proteste in Australien im Hinblick auf eine humanitäre Krise in einem anderen Land zu verhindern. So, und also es ist teilweise ein bisschen obskur. Es geht natürlich auch darum, dass man kein Geld von ausländischen Regierungen annehmen darf, dass man nicht auf Konferenz im Ausland von Regierungen sein darf, aber ausländische Stiftungen dürfen weiterhin Projekte finanzieren. Den Chris wird es auch freuen zu hören, dass der Vatikan auch weiterhin alles finanzieren darf in Australien. Er hat auch eine Ausnahmeregelung bekommen. Aber es geht im Endeffekt nur um China und Australien hat halt Angst davor, dass die Chinesen zu viel wirtschaftlichen und ökonomischen Einfluss in China bekommen. Und ja, vielleicht nicht mal zu Unrecht. Ja, Trumps Military Drops 12 Bombs. Ja. Im Endeffekt geht es darum, ich beschwere mich ja sehr oft, dass über Trump nicht ordentlich berichtet wird. Und zwar werden einfach nicht, ich meine, man kann Trump aus sehr vielen Gründen kritisieren, aber es wird sich halt wirklich an Kleinigkeiten und an Blödsinnigkeiten und an sonstigen Sachen aufgehalten. Und hier einfach nur mal im Vergleich, George W. Bush ist ja als Kriegspräsident verschrien gewesen, zu Recht. Und ich meine, der Irakkrieg spricht ja auch für sich und alles andere. Aber hier einfach nur mal im Vergleich, 70.000 Bomben hat George W. Bush runtergerufen, also hat George W. Bush feuern lassen. 100.000 Bomben hat Obama verbraucht. Ja, und ja, Trump schlägt sie halt im Endeffekt alle. Ja, und wenn man das jetzt halt hochrechnet, bis ans Ende seiner Amtszeit, wenn er nochmal wiedergewählt wird, wird er halt sehr viele Länder bombardiert haben. Und das sind ja auch Länder wie Somalia oder Jemen oder so, die halt auch nicht so oft in der Berichterstattung sind. Pakistan, also da wird die ganze Zeit weiter bombardiert. Und der militärische, industrielle Komplex, wer so schön heißt, der verdient da auch immer schöner dran. Da kann der auch mal so ein paar Kriegsspiele in Nordkorea absagen. Da haben sich ja viele Leute gewundert, warum er das macht, weil das ja die Kriegsindustrie viel Geld kostet. Ja, die verdienen an anderer Stelle gut, würde ich sagen. Das finde ich auch kritikwürdig. Ja, weil nicht nur unter dem finanziellen Aspekt, sondern natürlich auch, weil Leute darunter leiden. Das ist klar. nee, irgendwie der Twitter hat mal wieder irgendeinen Scheiß. Darüber muss man berichten. Ja, ja, ja. US candidate rejected in vote to head UN Migration Agency. Ja, hier geht es im Endeffekt um die IOM. Die IOM wird ja jetzt bald eine sehr viel signifikanter Rolle auch spielen, weil, ja, die macht halt so Resettlement-Programme. Uh, ganz böses Wort. Aber die macht halt Resettlement-Programme und leitet halt Flüchtlingslager und macht halt so groß, groß angelegte internationale Aktionen. Und normalerweise ist immer ein Amerikaner der Chef von dieser Aktion. Aber diesmal wurde der Kandidat abgelehnt, weil er halt zu religiös erscheint und weil Trump halt in letzter Zeit sich halt so ein bisschen abfällig über diese ganzen Flüchtlingsbemühungen geäußert hat. Ja. Das ist eine Politik. Ja, ich meine, keine Ahnung, ob der wirklich so schlimm war, dass er sein Amt nicht ordentlich geführt hätte. Aber man wollte halt ein politisches Symbol setzen. Deswegen hat man jetzt das Protokoll gebrochen und jemand anderen auf die Position gesteckt. Tja. Das war ein sehr merkwürdiger Artikel. Also Foreign Policy an sich ist schon halt eher aus dem liberalen Lager bei den Amis, mit den Demokrats. Aber ich fand den Artikel einfach nur sehr merkwürdig. Der hat jetzt so eine richtige, so diese Lingo, die du sonst eigentlich mehr von, ich weiß nicht, Slade wäre jetzt ein zu harter Vergleich, aber der halt einfach eine starke linke Rhetorik hat. So Trump, furchtbar, Ende der Welt. Und ja, es ist ein Karrierediplomat, der zurücktritt, aber das State Department wurde jetzt unter Trump sehr stark verkleinert, personell gesehen. Und da gibt es viel mehr Gründe, also unglücklich zu sein, wenn sich da jetzt jemand öffentlich inszeniert über das eine oder andere Statement. Dann ist es wahrscheinlich eher Frustration darüber, dass halt nicht mehr so viele Stellen geschaffen werden innerhalb des State Departments. Aber ich fand einfach die Rhetorik, die Wörter, die im Artikel verwendet worden sind, fand ich krass. Für Foreign Policy. Ich meine, die haben auch ihren Bias und alles, aber die haben eigentlich nicht so einen harten Linksstrahl. Ja. Und in Myanmar werden hin und wieder Soldaten, die Menschenrechte mit Füßen treten, vor Gericht gebracht, was eine ziemliche Neuerung ist. Zwar werden keine höherrängigen Menschen vor das Gericht gestellt, und man weiß nicht genau, ob die Strafen tatsächlich vollzogen werden. Aber ist es selbst, wenn es nur fadenscheinig ist, für Myanmar schon eigentlich ein großer Schritt in Richtung Rechtsstaat. Auch wenn das natürlich im Vergleich zu unseren Standards lachhaft ist. Aber ja, da habt ihr es. In Sudan wurde ein Friedensvertrag unterzeichnet und hoffentlich wird er eingehalten. Das Südsudan hat Probleme. Über zwei Millionen Menschen haben das Land verlassen. Hungersnot steht bevor, also an Farmen. ja, zum Teil kommen die humanitären Organisationen nicht mal mehr an die Leute dran, wegen gewalttätigen Konflikten. Und jetzt hat man einen Friedensvertrag unterschrieben und hoffentlich hält er auch, aber es sieht bisher halt noch nicht so arg danach aus. Aber ja. Mexiko. Ja, Mexiko hat Wahlen. Und zwar heute. Heute beginnen die Wahlen in Mexiko. Und wenn man sich da die Berichterstattung zu anguckt, dann kann man ja wirklich, ja, dann ist, ja, also man weiß ja an sich schon, wie es in Mexiko zugeht, aber dass es selbst auch so höchsten politischen Ebenen so ein absolutes chaotisches Gebaren gibt, ist schon unglaublich. Das sehen wir auch im nächsten Artikel, der gleich kommt, aber ich kann es schon mal sagen, das ist einfach nur, dass man die Statistik nochmal sieht. da werden die politischen Kandidaten einfach links und rechts erschossen, ja, und das ist einfach der normaler politische Alltag, ja, in dem Deutschlandfunk Hintergrund, der auf jeden Fall hörenswert ist, weil da auch wieder schockierend doch die Fakten vor Ort ziemlich ungeschönt berichtet werden. Ja, da hört man zum Beispiel eine Dame von der Friedrich-Naumann-Stiftung, das ist eine FDP-nahe Stiftung, von der man auch eher ausgehen kann, dass sie sich eher ein bisschen zurückhaltender äußert und die sagt halt so Sachen, die so, ja, wir leben halt hier in einer Kultur der Korruption, da kommen wir auch nicht raus und was die politischen Kandidaten sagt, das kann man alles nicht ernst nehmen, wie der ganz normale Bürger, denke ich mir auch nur, ja, man möchte halt morgens aus dem Haus gehen und abends wieder sicher nach Hause kommen und andere Gedanken hat man da im Moment gar nicht, was diesen ganzen Wahlkampf angeht, weil einfach die Situation in Mexiko so schlimm ist, dass halt sogar die politischen Kandidaten die ganze Zeit umgebracht werden und sonst auch irgendwie 98 Leute jeden Tag jetzt in Mexiko statt in den letzten Tagen vorm Wahlkampf und ja, ganz schön chaotische Zustände, sehr brutale Zustände und ich empfehle den Deutschlandfunk-Hintergrund sich einfach mal anzuhören ja, und keine Ahnung, ich will nicht direkt den Bogen dazu machen, aber ja, keine Ahnung, wenn man sich sowas als Amerikaner mal vor Augen führt und das ist im Nachbarland solche Zustände, ja, da kann man auf gewisse Gedanken kommen. In Deutschland ist er viel beliebter als zu Hause. In diesem Artikel verbirgt sich eine wunderschöne Grafik, wenn der liebe Chris etwas nach unten scrollt, dann können wir in einer schicken Infografik anschauen, wie verschiedene Türken, die im Westen verteilt sind, denn so gewählt haben. Und wir sehen hier Belgien 74%, Niederlande 72%, Österreich 72%, Deutschland 64% und irgendwie so der Großteil, also Westdeutschland allen voran, wird überall halt für Erdogan gestimmt und wenn du jetzt USA, Kanada oder Israel anguckst, ist halt der Stimmanteil für Erdogan ziemlich niedrig und in Tschechien halt noch niedriger und da frage ich mich, was denn so Länder wie Tschechien, USA, Kanada, Israel richtig machen und was wir denn so falsch machen, weil hier 64% ist halt schon irgendwie, weiß ich, die Leute sitzen hier in einer liberalen Demokratie und stimmen zu Hause für einen Autokraten, so, das ist schon krass, so, ich weiß nicht, gut sieht das nicht aus, wenn man das Zauberwort Integration hervorkramt, dann kann man da eigentlich nur bestürzt den Kopf schütteln, so, also, ja, also. Bei der letzten Wahl war mir eine Sache an der Statistik aufgefallen und zwar, dass insgesamt zwar viele Leute für Erdogan gewählt haben, aber doch vom Anteil der Wahlberechtigten relativ wenige hingegangen sind zur Wahl. Hast du da die Zahlen hierfür? Nein, die war doch. 74, wenn man, weil, wenn du eine sehr niedrige Wahlbeteiligung hast, ist klar, ist polarisiert, wenn zum Beispiel, ich glaube, die Zahlen waren 32% aller Wahlberechtigten, waren beim letzten auch nicht und von denen halt 60% pro Erdogan, das setzt das Ganze ja noch mal in Relation so ein bisschen, wegen Frage. Im Artikel meinten die, dass die Wahlbeteiligung außerordentlich hoch war? Ja, gut, dann, ich meine, die Tendenz ist ja eh klar, aber ich wollte dich nur nochmal anmerken. weil 74% ist schon so nachher sehr hohe Zahl und ja, manche Leute beteiligen sich halt nicht. Hier weiter unten gibt es wieder eine richtig hübsche statistische Infografik, die so schön ist, dass ich sie euch nicht vorenthalten wollte. Gefragt wurde ist in der Pupil noch etwas weiter unten. Also hier ist, wem Religion nicht wichtig ist, so, und weiter unten gibt es noch die Frage, wem Religion wichtig ist und es ist halt interessant, dass, ähm, ja, halt irgendwie, man sieht ja die Bereiche, wo es am wichtigsten ist, halt in Afrika und in Europa ist halt irgendwie nicht so wirklich viel und ich fand es halt einfach ganz interessant, wem von den Christen denn, ähm, Religion wichtig ist und nicht. USA 68% zum Beispiel, Brasilien 67% und etwas weiter unten sieht man, ähm, dieselbe Frage für die Muslime, wem Religion denn wichtig ist. Da war Pakistan ziemlich hoch mit 88%. Ja, mich wundert auch Honduras mit 94%. Das ist ja eines der schlimmsten shithole Countries überhaupt in der Welt. Ja. Ja, aber shithole Country, das darf man nicht sagen, weil, ähm, Gründe. Naja, also die lassen sich auch immer schön raus aus diesen Statistiken und sie zeigen wollen, wie furchtbar hoch die, die Mordsrate mit, mit Schusswaffen in Amerika ist. Ja, Das ist ja immer nur verdichtigt mit irgendwelchen europäischen Ländern und so. Wenn sie Honduras dann nämlich mit reinnehmen würden, pro 100.000 Einwohner, dann hätten sie direkt erstmal, ihre Skala, müssen sie alle anderen ein bisschen tiefer machen. Das ist halt auch interessant irgendwie, so dass so rückständiger das Land ist, so höher ist halt der Glaube an Religion. Also, ja, da habt ihr's. Ja, apropos Religion, ich hab hier nochmal so ein paar Sachen und zwar diese Dame hier, Fräulein Griese, ist von der SPD, eine Bundestagsabgeordnete und die ist auch gleichzeitig in der evangelischen Kirche in Deutschland aktiv und schreibt hier so Meinungsbeiträge auf ihrer Homepage wie Christsein und AfD fassen nicht zusammen. Warum nicht? Ja, wahrscheinlich, weil die nichts für Flüchtlinge machen oder so. Ah, okay. Aber gab's da nicht so eine Bibelstelle, dass du dir Flüchtlinge als Sklaven halten sollst oder so? Wer nicht arbeitet, soll nicht essen, ja, sowas. Ja. Und die erste Mal aufgezeichnet, der, der, die Forderung nach einem Genozid hat man im Alten Testament, was das erste Mal das Genozid vorgeschlagen wurde und es halt langfristig erhalten geblieben ist in Textform. Ja, und der Herr de Maizière hat die Bedeutung von Religion unterschätzt im Zusammenhang mit muslimischen Migranten. Also, wie kommt der denn jetzt drauf? Also, was wusste man 2015 oder 2010 nicht, was man heute wissen kann? Aber den Kram, was er hier wieder redet, ist so typisches CDU-Geschwätz. Das geht dann hier wieder auf, können wir genau erklären, was der Sinn von kirchlichen Feiertagen ist und warum wir in Deutschland davon so viele haben? Ja, also, ich kann's dir erklären, lieber Thomas de Maizière, weil es irgendeine CDU gibt, wo die Leute ja, eigentlich religiöser sind, als die Mehrheit der Gesellschaft jetzt tatsächlich gerade in den Großstädten halt eben ist, so. Und, weil es halt eben ganz große Strebungen gibt, zum Beispiel den Osten von Deutschland wieder halt christlich zu kriegen, der ja eine ganze Zeit lang also ziemlich atheistisch ist, natürlich auch bedingt durch die DDR, was ja jetzt nicht gerade wünschenswert ist, aber es ist nun mal ein Faktum, also und ja, deswegen meint man, das wäre alles wichtig, also es geht dann wieder zurück auf dieses Angela Merkel, wir können auch mal ein Bild in der Kirche erklären oder so, als ob das irgendwie miteinander verrechnet werden würde, irgendwie so, als ob irgendwie der Islam irgendwie besser dann in Deutschland reinpasst, wenn wir irgendwie wieder christlicher werden oder so. Ja, also ich weiß nicht, wie weit das sich also verhält, also wie viele christliche Feiertage du erklären musst, um einen Ehrenmord zu verhindern, oder, oder um einen Terroranschlag zu verhindern. Also wie das Verhältnis da ist, das wüsste ich gern. Weil, also. Ja, das ist aber halt so die Denke, ne. Ja, ist halt naiv. Also. Ja, das hier ist ein Gastbeitrag von, ich fasse mir an die Nase, Slavoj Žižek. Žižek. Ja. Der Philosoph ist. And so and so on. And so on. T-Shirt zu zupfen. Nein. Genau, der ist das, ja. Genau, und ja, also der macht ja quasi ein Gedankenexperiment, er redet halt davon, also zum einen, da hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass es ja jetzt quasi in, in Ägypten ein Gesetz geben soll, dass es verbietet, ein Atheist zu sein. und laut diesem, was der Žižek schreibt, bezieht sich das sogar auf, also nicht nur darauf, dass du quasi nach außen hin nicht sagen darfst, dass du Atheist bist oder irgendwie keine Vereine gründen darfst oder so, die das irgendwie zum Ziel haben oder irgend sowas, sondern quasi der Nichtglaube ist unter Strafe, steht unter Strafe, was man halt im Moment gar nicht irgendwie beweisen kann, dass jetzt jemand nicht glaubt. Also, es ist schon ziemlich übel auf jeden Fall und der Herr Žižek hat hier, denkt hier so ein bisschen darüber nach, über die neuen Entwicklungen in der, also wie man jetzt den Leuten ins Gehirn gucken kann und dass man halt in irgendwelchen Laborversuchen das hingekriegt hat, den Leuten irgendwelche Halluzinationen zu geben, so was halt auch irgendwelche religiösen Erlebnisse halt sein können und ja, dass man quasi dann in Zukunft sozusagen die Leute zum Glauben zwingen kann mit irgendwelchen, irgendwelchen Techniken. Aber dann gibt's endlich einen Chip, weißt, da kannst du die Leute ruhigstellen, religiöse Erfahrungen am Feiertag ausgeben, weißt du? Genau. Das ist doch mal was, hier Zukunftstechnologie, nicht mehr Neuland und so. Man kann dann vielleicht so noch Korane anreichern, was so. Ja, das ist eine meiner Lieblingsmeldungen ever. Evangelicals back self-styled top US pimp, also die Evangelikalen stellen sich hinter selbsternannten Top-Zuhälter von Amerika und ja, das ist halt ein Typ, der betreibt legale Modelle, was wohl in manchen Bundesstaaten geht das wohl. Ich glaube in Nevada und noch irgendwie in zwei. Ach, der ist auch in Nevada, ja. Und ja, also die Evangelikalen sind Fan von ihm, weil er halt ein Republikaner ist und also der Typ selber meint auch irgendwie, nee, ich rede gar nicht so gerne über Religion und so, aber ja, er hält sich halt für einen super coolen Typen, ist auch schon irgendwie zweimal geschieden und so und ich habe keine Ahnung, aber irgendwie finden die den halt großartig und unterstützen seine Kandidatur für, ich weiß gar nicht, was das hier ist, ach ja, für den, für die, für die State Assembly von Nevada, also quasi für den, ähm, für den, für, äh, für das Parlament von, von dem Bundesstaat Nevada. Hervorragend. Genau, der ist quasi der Ju Hefner, nur halt als B-Promi, und halt gone wrong. Ja, der Typ hat bei uns in der HBO-Dokumentation schon mal mitgewirkt, stand hier drin und, ja, die Eiffelgelikalen. Der kennt den Trump halt über seinen, seinen Filmnetzwerk, über, über die ganzen Reality-TV, TV-Sendungen und sowas, der hat auch eine eigene Reality-TV-Sendung gehabt eine Zeit lang und, äh, also das ging ja eigentlich nicht aus, weil, hier stand, hier stand eigentlich, hier stand eigentlich nur drin, dass er irgendwie in einer Folge von dieser HBO-Dokumentation über Bordelle irgendwie mitgespielt hat. Also, Nö, der hat einige Sachen gemacht. Also, wie gesagt, der ist halt wie der Ju Hefner, nur halt B-Promi und gone wrong. So, muss man sich den vorstellen. Also, der passt natürlich in Trumps Reality-TV-Umfeld perfekt rein. Der war nicht bei Apprentice dabei, dafür ist er ein bisschen zu alt, aber, ja, ne, aus der Ecke kommt er halt irgendwie und hat halt das, seine Kontakte da halt irgendwie geleveraged und hat bei den Hardcore-Evangelikalen, Evangelicals halt, ja, es haben viele kritisiert, aber die finden Trump halt gut, was soll man sagen, ne? Naja, vor allem finden die den Typen hier gut. Ja, auf jeden Fall, das ist halt, ne, so hier religiöse Werte, ne, das ist halt das Allerbeste. Das ist halt so eindeutig und nicht so beliebig und so, ne? Da weißt du einfach ganz genau, moralischer Kompass, dass du so einen Typen in der Zweimein geschieden hast, halt großartig findest, den Lärm, den der betreibt. Aber nicht Jesus gesagt, dass man auf die Huren und die Zöllner auch zugehen wollen? Ja, stimmt schon, natürlich. Ja, aber wie sollst du auch Moral haben, ohne, ohne, weißt du, ohne Religion? Das ist das beste Beispiel. Ja, hier in diesem Paper geht es darum, dass man festgestellt hat, dass, wenn man ähnliche Ansichten hat, dass man den moralischen Charakter einer Person höher wertet, wie wenn man unterschiedliche Ansichten hat. Das war auch wieder so eine Studie, wo du dir denkst, wow, wer hätte es denken können, aber halt irgendwie auch interessant, dass man dazu jetzt halt einen richtigen Artikel hat, auf den man verweisen kann. Leute, die ähnliche Gesinnung haben wie du, die schätzt du halt moralisch besser ein, obwohl das eventuell gar nicht der Fall ist. Obwohl das eventuell die Top-US-Pimps sind. Ja, also, und was war es, 645 Subjekte, also mit ein paar Tests, aber ja, es ist halt dieses Ding, wie kognitive Verzerrung entsteht, wie so ein Pimp halt drankommt. Und hier haben wir gleich noch einen Artikel darüber, wie klug oder unklug Menschen sind. Wenn du etwas runterscrollst, da gibt es einen Absatz, der neurologische Mythen aufdröselt. Und zwar haben sie hier eine Umfrage gemacht. Ah, da ein bisschen weiter hoch, genau. Haben sie eine Umfrage gemacht. Halt allgemeine Leute von der Öffentlichkeit, amerikanischen Öffentlichkeit, dann Lehrer und Menschen mit einer neurowissenschaftlichen Bildung. Also jemand, der Neurowissenschaft studiert hat, einen Bachelor oder einen Master hat. Und, dass es verschiedene Lernstyle gibt, das ist ein Mythos. Und 93 Prozent der Öffentlichkeit dachte das, 76 Prozent der Lehrer und 78 Prozent der Neurowissenschaftler, dass bei Dyslexie, dass man die Buchstaben vertauscht sieht, das Dach und 76 Prozent der Öffentlichkeit, 59 Prozent der Lehrer und 50 Prozent der Neurowissenschaftler, dass klassische Musik für Kinder halt gut für die geistigen Fähigkeiten sind, 59 Prozent der Öffentlichkeit, 55 Prozent der Lehrer, 43 Prozent der Neurowissenschaftler, dass sich Kinder schlechter konzentrieren können, nachdem sie Zucker konsumiert haben, Dach, 59 Prozent der Öffentlichkeit, 50 Prozent der Lehrer und 39 Prozent der Neurowissenschaftler, der Left Brain, Right Brain Miss, also das, ja, dass die verschiedenen Gehirnregionen so absolut stark unterschiedlich sind, 64 Prozent der Öffentlichkeit, 49 Prozent der Lehrer und 32 Prozent der Neurowissenschaftler und diesen Mythos, wo es ja auch den Film Limitless gibt, wo der Typ so eine Designer-Droge nennt, genauso wie Lucy, wo sie ja auch eine Designer-Droge bekommt und dann superintelligent werden sie beide und diesen Mythos haben 36 Prozent der Öffentlichkeit, 33 Prozent der Lehrer und 14 Prozent der Neurowissenschaftler geglaubt. Ich finde es halt immer ganz interessant, wie jetzt speziell bei den Leuten, die einen neurowissenschaftlichen Hintergrund haben, wie sie halt, ja, halt Bullshit über ihr eigenes Feld halt nicht so oft richtig einordnen können und ich finde es halt immer ganz interessant, wie klug, dumme Menschen, äh, wie dumm, kluge Menschen sein können. Also, da habt ihr es. Der Versprecher war gut auf jeden Fall. Ja. Ja, das war jetzt der Vergleich zwischen diesem Archiv total verhunzt, aber das ist von Zeit Online-Intelligenz, ähm, das war dieses Ding pro IQ und Gene, ne, und dann ja, auf der Eins. Das ist dann das Ding Bullshit-Wissenschaft gegen IQ und Gene. Ja, ich hab, es ist so ähnlich, ich hab jetzt, äh, gestern mir diese, da gab's wieder so Talks hier bei, bei, äh, Dave Rubin mit, mit Jordan Peterson und diesem Weinstein oder wie er heißt und der hat ja irgendwie gesagt, dass er nach dem, nachdem Jordan Peterson in der New York Times ihm irgendwie dieses angelastet wurde, dass er ja gesagt hätte, enforced monogamy sollte man irgendwie machen, dass der Weinstein hat da irgendwie mal, ähm, das Wort enforced monogamy in die Suche eingegeben bei der New York Times Seite und hat ganz viele Treffer gefunden, auch neuere Sachen, wo das halt positiv beschrieben wurde. also quasi das gleiche, was sie ihm vorgerufen haben, oh mein Gott, er redet von den Forstmenogamy, was soll das? Machen die selber halt auch. Ah, das ist genial, also, ja, halt wie gesagt, in einem einen Artikel Intelligenz und Gene keine Korrelation, in einem anderen Artikel Intelligenz und Gene Korrelation, also das ist halt, wow, so, ja, go for it, Zeit. Deswegen, also Medien sind halt auch nicht unbedingt informativ, also es ist viel Unterhaltung, aber um tatsächlich dein Wissen zu erweitern, also es sind Medien eigentlich absolut furchtbar, weil du dauernd Bullshit liest und du kannst ja auch nicht jeden Bullshit, den du irgendwie mitbekommst, direkt korrigieren, also es ist, es ist hart, also oftmals ist es eher Unterhaltungsmedium und Realitätsverzerrung. Naja, ich glaube, die sagen einfach die ganze Zeit, irgendwie jeder so seine Lieblingsuhrzeit und irgendwie, wenn du den ganzen Tag dir einen Artikel liest, dann hast du auch irgendwann die richtige Uhrzeit gelesen, sozusagen. Ja. Das ist ja eins von Stimmen von den beiden Sachen. Ja, und manchmal haben sie natürlich auch so Alibi-Artikel, wo sie die Welt erklären, ordentlich, aber das sind halt eher auch so Alibi-Artikel, damit sie ihren Titel als Zeitung nicht verlieren. Ja, keine Ahnung, wird ja auch von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Gründen alles geschrieben, ne, also, nur weil es das gleiche Medium ist, heißt das ja nicht, dass das irgendwie, ja, aber halt dieses Beispiel mit dem, mit dem, mit dem Enforced Monogamy finde ich halt noch lustiger, weil sie da halt irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, so ein Talking Point irgendwie daraus machen aus diesem Enforced Monogamy, als wäre das irgendwie so eine Art Anleitung, dass man jetzt irgendwie die Leute alle zu irgendwas zwingen muss, obwohl das halt eigentlich irgendwie so ein soziologischer oder biologischer Begriff irgendwie ist, den, der halt im Sprachgebrauch da drin ist und auch von der Zeitung selber benutzt wird, ne, also, ja, Terrorattacken. Ja, und hier haben wir eine wunderschöne Karte, die zeigt, wie sich denn der Terror in Europa seit 1970 verteilt und wir sehen in den Grenzgebieten zu Russland natürlich einige Spannungsfelder, was auch natürlich mit dem Aufbrechen der Sowjetunion zu tun hat und dann den territorialen Ansprüchen der jeweiligen Länder zusammenhängt und dadurch dann auch vermehrt Terror, Baskenregion, Balkan haben wir viel, Europa generell ist gesprinkelt, Polen kommt relativ gut weg, Rumänien auch, also, die machen was richtig und, ja, halt Irland hast du halt auch wieder so eine roten Flatsche. Ja, gut, das ist da halt die IAA und unten das in Nordspanien ist die ETA und ich denke mal, das in Jugoslawien wird halt vor allem auch der Bürgerkrieg sein. Zypern hat halt noch ein paar Hotspots und Athen ist auch relativ rot, okay. Hm. Ganz hinten, da sind dann die Tschetschenen oder was? Du bist sehr leise, Mammon. Ja, ganz hinten, da sind die Tschetschenen dann oder was? Ja, Tschetschenen, also mit dem Tschetschenischen Krieg. Ich meine, Russland hat ja auch ein No-Go Federal State, das ist, Russland wird ja immer so hoch gejubelt für, setzte sich für die Erhaltung des Westens ein und von dem No-Go-Bundesgebiet in dem Scharia-Gesetz herrscht, da weiß man irgendwie wie nix drüber. Das ist ja auch erst mal hinbekommen, wo es No-Go-Bundesstaat in deinem eigenen Staat hat. Na, wo wir gerade bei den Sowjets sind. Und Pepsi hat es geschafft, in die Sowjetunion einen Fuß in die Tür zu bekommen, dort Pepsi zu verkaufen. Man hatte damals unter Nixon und Kutschow hatte man eine Küchenausstellung in Moskau, wo man sozusagen die beiden verschiedenen Systeme verglichen hat, wie denn so die generelle Küche aussieht. Ja, genau da, mit Nixon und Ding, mit Kutschow. Ja, genau, das ist das Bild, wo er Pepsi trinkt. Und dann hat noch der Chef von Pepsi, hat den Nixon erwischt und meinte, ja, komm, wir müssen den zum Pepsi trinken bringen. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass halt der Rubel oftmals abgewertet worden ist und deswegen so eine richtige Bezahlung an Pepsi halt schwer war. Und dann Pepsi zu Zeiten eine kleine Navy hatte, weil die Sowjetunion halt Pepsi in Kriegsschiffen bezahlt hat und auch ein paar U-Boote draufgelegt hat. Und ich finde es halt irgendwie lustig, dass halt Pepsi als Konzern zu Zeiten mal eine kleine Navy unterhalten hat. Also, ja. Ja, aber die Geschichte geht noch weiter. Das war ja erst der Anfang des sogenannten Blockbuster-Deals, damals der russische Block halt. und zuerst haben die halt, weil der russische Rubel war nichts wert und deswegen haben die halt die Kriegsschiffe verkauft für Altmetall, wie du es gesagt hast. Aber hinterher hat Pepsi gesagt, okay, so zu Wendezeiten, ja, jetzt gehen wir mal aggressiv in den russischen Markt, weil wir sind ja schon mit Pepsi dort bekannt und Pizza hat es dort auch schon bekannt und deswegen expandieren wir jetzt mal mit beiden. Aber es gab halt weiterhin diese Währungsschwankungen und dann ist ja die Sowjetunion auseinandergefallen und dann haben die ein richtig komplexes Konzernnetzwerk über Russland spannen müssen, wo die dann im Endeffekt ihren eigenen Käse produziert haben in einem Land und im anderen Land haben die dann im Endeffekt Tankerschiffe selber gebaut, um die zu verkaufen, um ihre Aktivität in Russland zu refinanzieren. Also die haben, zuerst haben sie Kriegsschiffe nur verkauft, aber ganz am Ende haben sie selber Tankschiffe gebaut. Das war halt einer der größten Business-Deals, der jemand, der fehlgeschlagen ist in der Geschichte ever. Das ist schon irgendwie lustig. Kleine Navy, Pepsi, bist du keine, ich fand es mega lustig. Ja, also das, falls dich jemand für Wirtschaftsgeschichte interessiert, das ist der sogenannte Blockbuster-Deal. Findet man sehr viel drüber. Ist sehr interessant, auf jeden Fall. Und hier zur Auflockerung noch Facebook hat ein Patent angemeldet, wie mit einer, mit einem Signal, was in Werbung über den Fernseher geschaltet wird, was man selber nicht hören kann, auf einer Frequenzwelle das Handy aktiviert wird, um Sachen aufzuzeichnen. Und da haben sie eine Technologie zum Patent angemeldet. Und haben aber gesagt, dass die Technologie natürlich niemals zum Einsatz kommen soll. Ja, diese Technologie, die wurde schon mal getestet in Großbritannien, in Läden, da bist du in einen Laden reingekommen und dann hat da halt Musik gespielt und im Hintergrund waren diese unhörbaren Signale, die halt von Apps registriert wurden. Damit du, hast du ein Sonderangebot geschickt bekommen auf dein Handy zum Beispiel. Ja, und das macht Facebook jetzt flächendeckend weit wohl. Ja, und das war's schon wieder. Ja, diesmal nicht in Überlänge, sondern in normaler Länge, 17.000. Ich kann nur noch sagen, zu der Geschichte fällt mir noch was ein. Wir haben so Leute schon ein paar Mal erzählt, dass sie irgendwie den Eindruck haben, dass wenn ihr Telefon aus ist und sie sagen oder unterhalten sich mit irgendjemandem über bestimmte Themen, dass sie dann hinterher trotzdem zu den Themen Werbung bekommen. Hatte ihr auch solche Erlebnisse auch? Äh, es kann aber halt auch Paranoia sein, weißt du so. Ja klar, man kann auch gestern danach gegoogelt haben und so. Genau, ja. Ja, also öfters vermute ich, dass die Leute halt irgendwie so ein bisschen so, wie so, ein Paranoide-Gedanken haben. Ja, man müsste es wirklich mal ausprobieren oder so, dass man sich ein bisschen hinsetzt und ein paar Firmen Namen sagt oder so. Aber der Hinweis darauf, dass es sowas im Ausland durchaus gibt, ich habe ja vorhin den Hinweis gebracht, es gibt auch ein anderes System, das scannt, wenn man das WLAN an hat, die MAC-Adressen und gleicht das mit anderen Datenbanken ab für Werbebeschaffung und so. Aber die Systeme sind halt nicht alle sehr effizient. Aber wenn die so einen zentralen Punkt haben, wo die Informationen vernetzt sind, zum Beispiel bei Facebook, tja, achten wir da drauf mit dem nächsten Update, ob sich was an den Nutzungsbedingungen geändert hat. Man muss ja da den, man muss ja zustimmen nach der neuen Datenschutzverordnung. Ja, das dürfen wir ja nicht einfach machen. Achso, und ich wollte noch anmerken, diese Sendung sind wieder 17.280 Menschen der extremen Armut entrollen. Das heißt, sie verdienen jetzt mehr wie 1,90 Dollar pro Tag. Das schaffen wir gemeinsam hier bei den Weltraumaffen. Wir sind das länger noch. Wir stellen die alle an. Wir stellen die an, damit sie die Bits und Beizel uns durch die Gegend schubsen. Genau. Hätte mich jetzt schon gefreut, wenn der Herr Seehofer sich noch während unserer Sendezeit ausgekotzt hätte, aber naja, dann sprechen wir halt nächsten Sonntag drüber, ob sich was geändert hat. Kurz deine Genre noch rum. Von dem Wald hört man nur Vogelgezwitscher. Mal gucken, was ihr da für eine Werbung dann bekommt. Ohne Waldgang hat man nicht die Kraft, den Kulturmarxismus zu zerschmettern. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Haut rein. Gute Woche euch allen. Bye, bye.